Gehen wir es wieder an, sind wir wieder mittendrin und geben wir wieder Vollgas, denn es gibt wieder zwei Österreicher zu pushen gegen Ungarn dieses Mal. Herzlich willkommen, auch eine Koryphäe des österreichischen Beachvolleyball-Sports. Einen wunderschönen guten Morgen, Moxa Kindl! Ja, mich freut es, hallo an die Fans. Ich finde es schön, dass ich heute wieder bei sein darf. Wir haben ja gestern schon ein paar Spiele machen dürfen. Und ja, ich bin gespannt. Ich glaube, die zwei Jungs haben eine wirklich gute Chance, eine Runde weiterzukommen. Ich kenne die Ungarn ein bisschen. Aha! Die haben auch schon des Öfteren in Wien bei nationalen Turnieren mitgespielt. Und ja, ich muss sagen, es gibt leichtere Lose, es gibt auch viel schwierigere Lose für sie. Und ich bin gespannt, was sie jetzt zeigen. Und kennst du die Österreicher auch? Nein, nur noch nicht. Aber wirklich nicht gut. Ach so, echt? Also nicht so gut, oder wie? Eher nicht, nein. Ich muss sagen, noch nie gegen sie gespielt. Man muss auch sagen, sie sind doch eine Spur jünger noch als ich. Das stimmt, ja. Und eher aus der Halle als am Beach. Mhm. Aber was traust du ihnen zu? Wie gesagt, ich glaube schon, dass sie das Spiel wirklich gut mithalten können oder gewinnen können. Die Ungarn sind gute Spieler, aber können genauso wirklich in ein Loch reinfallen, wo dann gar nichts mehr funktioniert. Meiner Erinnerung nach ist der Blockspieler im Block ziemlich hoch, nicht so aggressiv, aber wirklich hoch, gut auf Shots. Und wie wir schon gesehen haben, versuchen wir auch wirklich das Spiel schnell zu machen, über zweite Bälle zu gehen und ein bisschen dem Spiel von Ammann-Hilwig nachzukommen. Echt? Wahr? Okay. Wie gut es funktioniert, werden wir sehen. So, wir checken dann auch die letzten Endstellungen. Dann kann es auch da gleich losgehen. In meiner vollen Konzentration natürlich. Ich bin gespannt. Also die Jungs haben sich gut präsentiert, Freundinnen sind ja auch da. Ja, die hätten da haben können, da hat er sich zu früh bewegt. Schade, Jakob Gritzinger. Oder? Ja, ist schwierig. Also ich bin ja auch der Meinung, man kann nicht jeden Ball verteidigen. Meistens entscheidet man sich ja für zwei Bälle in der Verteidigung. Meistens auf einen harten Angriff plus einen Shot dazu. Und es gibt einfach auch Bälle, die hat der Gegner gut gespürt. Da kann man nichts machen. Okay. Ehrliche Antwort finde ich gut, weil du hast ja auch mein Recht. Alles kann man nicht haben. Jetzt streuen sie immer wieder ein paar Eigenfehler ein, die nicht unbedingt notwendig sind. So wie jetzt der Ball ein Cut blockfrei auf der eigenen Seite. Will man vielleicht den perfekten Ball spielen, braucht man auch nicht. Wir haben es gestern schon besprochen. Oft ist es wirklich wichtig, einfach Eigenfehler vermeiden, bevor ich wirklich direkt am Punkt gehe. Jetzt super Line-Shot von Ben Stockhammer. Schau, jetzt konzentrieren wir uns da voll und ganz. Ich habe nämlich noch eines gemacht, wer auf YouTube mitschauen will, auf Bitchvolleyball Baden, auf der Seite. Die Seite ist jetzt Gott sei Dank wieder auch online, weil da haben wir ein bisschen mehr vom Bild, nämlich von den FPS-Quellen her. Also sprich, da ist das Bild einfach ein bisschen flüssiger, ein bisschen schöner. Noch einmal zur Erinnerung, heute das Ganze noch ein bisschen mit abgespeckter Zwei-Kamera-Variante und unsere Wenigkeit zu sehen. Morgen dann bauen wir das ganze Setup komplett neu und machen hier eine Tip-Top-Variante, weil das eben von uns auch so gewünscht ist. Wir haben uns da ein bisschen gesteigert von Tag zu Tag. Aber jetzt Moxa Kindl und meine Wenigkeit konzentrieren uns voll und ganz auf dieses Spiel. Man merkt so, es sind beide Teams noch ein bisschen, die sind noch sehr verhalten. Oder täusche ich mich, der Moxa? Nein, das ist meistens in der Anfang-Fahrsaison. Ja, doch, damn. Am besten wäre es, wenn man einfach direkt rein starten könnte mit voller Power. Aber das ist meistens schwierig. Ah, der ist weit weg, war aber nicht einfach, weil er mit der Brust schon vorne war mir nicht. Und den kann er eigentlich gleich schlagen. So, der passt jetzt. Gut aufgespielt. Ah, der ist der Falsche. Warum nimmt er den? Nein, wissen wir nicht. Ja, man merkt schon, dass es du angesprochen hast. Die beiden Ungarn, die machen da, wenn sie wollen, das Spiel wird immer richtig schnell. Zack, schönes Zuspiel sieht man hier. Und dann geht er über die Linie, schön abgeschlagen, über den Block. Das ist natürlich, ja, wie du gesagt hast, diese schwedische Variante, wenn man das so sagen darf. Nee, ich glaube grundsätzlich, dass sich das Beachvolleyball einfach in den letzten zwei Jahren noch einmal extrem verändert hat. Mit zweiten Bällen, mit schnellem Zuspiel. Und da schon wieder. Also jetzt müssen sie aufpassen, die Jungs. Wir kommen, die beiden Österreicher, ja, jetzt nimmt seitwisten bald mal eine Auszeit, denn die brauchen sie jetzt dringend. Ganz dringend. Irgendwie ist es noch nicht ihr Spiel. Warum nicht? Erklär es mir. Wir wirken sie brutal verhalten. Die Jungs können ja viel mehr. Wir haben ja nichts zu verlieren. Meine Güte, sind aus der Gruppe draußen. Und wenn sie jetzt hier noch eine Runde weiterkommen, sind sie die absoluten Helden. Und wenn nicht, ist ihnen auch niemand böse. Auf jeden Fall. Aber man mag ja doch immer gewinnen, oder? Man sieht die Schaus, vielleicht ist es ein Gegner, der jetzt nicht von der Setzung her ganz oben ist. Und da erwartet man sich dann schon von sich selbst, dass man das Spielfach gewinnen kann. Und man verliert ja nie gern. Ja, aber komm, ich meine, weißt du, um 22 Uhr eben, das ist vielleicht auch noch einmal ein bisschen so, wo man sich denkt, okay, die Youngsters loten sich nur ein bisschen aus. Aber noch einmal, in diesem Spiel würde ich brennen. Und mir fehlt noch dieses letzte Feuer. Ich weiß ja nicht, ob es, ja, nein, ich weiß es nicht. Das glaube ich sofort. Ich wollte es gerade ansprechen. Es ist für sie auch nicht so, was Alltägliches jetzt in einer Zwischenrunde bei einer 22 Europameisterschaft zu spüren, wo beide, glaube ich, noch bei der 20 an den Start gehen dürfen. Ja, stimmt, das ist nur brutal, um den Fakt habe ich jetzt ganz vergessen. Und ja, also da spielt sich eine Neuversität eine große Rolle. Auch, du hast es gesagt, grundsätzlich können sie frei drauf losspüren. Sie haben da nichts zu verlieren. Sie können es jetzt nur mehr belohnen. Ich glaube, ihr Ziel haben sie erreicht, aus der Gruppe zu kommen. Und ich hoffe, die beiden glühen noch auf. Der war mal gut, aber er wird wieder verteidigt. Und jetzt, oh, der steht richtig gut. Ja, das war natürlich jetzt wieder ein nächster Superball. Hm, schade, aus Sicht der beiden Österreicher. Aber von da hinten schauen wir uns jetzt mal ein super Setting und dann legt er den perfekt ab. Ah, jetzt wird es nicht gerade einfach, aber natürlich immer noch machbar, keine Frage. Aber, ja, wie würdest du das jetzt angehen? Mir fehlt, wie gesagt, ein bisschen so die letzte Power-Aggressivität. Aber gut, junge Burschen, die machen das schon noch. Ich glaube auch, die werden jetzt mal alles probieren, ausprobieren, schauen, ob sie einen Weg finden. Schön. Perfekter Schott. Jawohl, so gefällt mir das schon einiges besser. Schöner Spielaufbau und dann den Stock haben wir. Aber sowas von genau. Schön, wirklich schön. Aber da sieht man wieder mal, wie schnell die sind in ihrem Spiel, die beiden Ungarn. Ja, momentan... Ich glaube, sie müssen ein bisschen mehr Druck im Service machen, weil sobald die Ungarn eben eine gute Annahme haben, können sie das auf zwei nutzen oder das Spiel schnell machen. Und das wird dann... Oh, der ist auch nicht ganz optimal, aber der macht er. Ben! Der Riecher, wie wir gestern erfahren haben. Weil er immer den Riecher im Block hat. Schauen wir uns das nochmal in der Wiederholung an. Schönes Zuspiel. Und dann sagt er Saiho Runara. Er trifft hier den Ungarn, die Nummer zwei. Übrigens habe ich euch die noch gar nicht vorgestellt, die beiden Ungarn. Mache ich durch. Oh, der passt wieder gut. Gut aufgepasst. Gut vom Ben. Der muss natürlich gleich nochmal reingeweihern, weil ein Block dran war. Aber den... Oh, bleibt sie eiskalt am Netz war gut. So, Block frei. Oh, den hat er wieder. Bei ihm Gott. Das ist jetzt ein cooler Ballwechsel. Aber mit dem besseren Ende für die Jungs in Rots. Was für ein schöner Ballwechsel. Da wäre vielleicht die Möglichkeit da gewesen, aber der war nicht einfach. Dann kann er den noch gut verteidigen. Und dann sagt eben der Verteidigungsspieler der Ungarn. Dessen Namen ich euch jetzt noch eruieren werde. Jetzt mag ich nicht mehr. Und jetzt ist es vorbei. So, und der ist draußen. Aus Sicht von Rot-Weiß-Rot. Wichtig aus Sicht der beiden aus unserem östlichen Nachbarland. Natürlich nicht ganz optimal. Und jetzt schauen wir uns einmal die beiden Ungarn an. Wo haben wir sie? Da. Nämlich ist es der Blogspieler mit der Nummer eins. Artur Hoyas. Und die hatten wir alle schon da. Aber ich habe ihn nicht erkannt wegen deiner neuen Haarbrach. Deshalb habe ich mir gedacht, wer ist denn das? Aber der war schon oft hier in Baden. Nämlich Bence Attila Sterelli. Ja, wir gehen ins erste technische Timeout. Na ja, 13.8 Uhr. Verloren ist ja noch nichts. Aber komfortabel wäre natürlich auch was anderes. Ja, man merkt wieder, die letzten drei, vier Side-Hotts wieder viel besser ins Spiel gekommen. Back-Bench, Stockhammer, Bright-Heads hoch im Angriff. Finde die richtigen Lösungen. Und das hat einfach am Anfang des Satzes noch ein bisschen gefehlt. Also ich glaube, dass da alles drinnen ist. Wie schon vorerwähnt, ein bisschen besser servieren, den Gegner mehr unter Druck zu kriegen. Und dann haut es schon hin. Schade, super Verteidigung von Jakob Kitzinger. Dann leider der Netzfehler von Bench, Stockhammer. Aber man sieht, die anderen mal ein bisschen zu dicht. Sie versuchen, das Spiel schnell zu machen. Gute Verteidigung. Und ich glaube, das ist der Weg. So, meinst du, Sachen noch im Backend hier justieren müssen. Schauen wir mal, wie es den Jungs jetzt hier geht. Hoffentlich machen sie das, die beiden Kärntner. Der eine spielt ja... Super Defense. Danke dir, dass du das noch gesagt hast. Der eine spielt ja bei... ...Klagenfurtz, nämlich Bench Stockhammer. Der andere mit der Nummer zwei bei Eichtob. Der Wahnsinn, dass ich dieses Jahr Vizemeister sagen muss. Ich finde es super. Naja, super. Es war einfach von Graz großartig. Aber das besprechen wir dann ein anderes Mal. Jetzt konzentrieren wir uns hier auf die Jungs. Dritte Superverteidigung von Jakob Kitzinger. So, wenn sie den jetzt machen, wären sie wieder dran mit Minus 3. So, und jetzt ist die Möglichkeit. Jungs, wenn ihr da noch rankommen wollt, dann bitte macht es den jetzt. Ja. Ja. Gut gemacht. Gut gemacht. Wenn nicht sogar ein sehr gut. Man muss halt sagen, Jakob Kitzinger bringt es jetzt wieder zurück ins Spiel. Der hat jetzt wirklich drei unglaubliche Verteidigungen hintereinander gehabt. Ja, passt wieder. Aber jetzt wirken sie mir da ganz anders. Obwohl von der Körpersprache, sie sind anscheinend nicht, so gut kenne ich sie jetzt auch nicht, die extrovertiertesten. Gut verteidigt. Ist der stark. Okay, meine Herrschaften, ist das ein toller Beachvolleyballspieler. Der Mann mit den Wasserstoffatomen auf seinem Kopf. Noch einmal für das Protokoll. Attila Streli. Ja, und dann setzt er so einen drauf. Hätte auch nicht sein müssen. Auch interessant, dass er das liegend ist. Eigentlich ein sehr einfacher Servicefehler, oder? Ja, und vor allem bei dem Spielstand, die österreichischen Jungs müssen side-out spielen, haben am Anfang damit Probleme gehabt. Und so schenkst du ihnen ein einfacher side-out. Die kämpfen wahrscheinlich eh mit sich selbst, oder versuchen bessere Lösungen zu finden, dann halte ich den Ball im Spiel, und das macht er schon gut. Mich wundert es auch, warum sie nicht mal am Verteidigungsspieler wechseln, bleiben wir jetzt eigentlich ziemlich am Blockspieler drauf im Service. Breaken ihn zwar ein-, zweimal, aber wenn der in einer guten Position ist, spielt er schon sehr übersichtliche Shots und macht das richtig gut im side-out. Ah, das ist eine komische Partie. Ich weiß nicht, das ist irgendwie jetzt gerade ein bisschen verfahren hier. Es fehlt ein bisschen die Power da. Ja, da fehlen eigentlich jetzt auch 2000 Leute auf einem Center Court hier im Strandbad Baden, dann würde das wahrscheinlich anders ausschauen. Auch von beiden Teams, von der Emotion her, wow, stark, richtig gut, richtig gut. Wie er da vorbeikommt, sogar eigentlich auf der Verteidigerin Seite, also, schade. Ach, der ist wieder zu wenig. Ich befürchte, das ist momentan und auch vielleicht für die, ähm, anderen Partien hier, oder das, das Ding hier eigentlich eine, zwei Klassengeschäft, das hat er noch gut gemacht, super gemacht, wirklich gut, von Jakob. Leider wieder Netzfehler von Ben Stockhammer. Ah, ich bin gespannt, ich glaube, den Satz müssen Sie jetzt einfach abschreiben. Herr Tristan Beuth wird die richtigen Worte finden im time-out, vielleicht eine taktische Umstellung noch. Ich bin nämlich doppelt nervös, weil die Freundinnen... Ich bin doppelt nervös, weil die Freundinnen arbeiten hier im Scorer-Team für uns. Und wenn die jetzt da das nicht schaffen sollten, dann weiß ich nicht, wie lange die noch da sind. Hast du einen Personalmangel? Nein, auf keinen Fall. Die CV hat so ein modernes Scoring-System, da braucht man nicht so viel, weißt du? Sollte eigentlich alles automatisch funktioniert, aber diese Geschichte ist eine andere. Da rege ich mich dann am Montag drüber auf, jetzt nicht mehr. Jetzt konzentrieren wir uns darauf, dass die Österreicher den Satz noch machen. Aber der erste Satz geht an die beiden Ungarn, die das hier wirklich bravourös runterspielen. Und kann man sagen, was man will. Und die beiden Boys aus Österreich ist noch nicht ihr Spiel. Also möchte jetzt hier niemanden auf die Füße steigen und auch vor allem nicht den Kitzinger Stockhammer-Fanklub. Aber ich glaube, die Jungs könnten ein bisschen mehr, wirkt noch ein bisschen verhalten. Vielleicht auf der anderen Seite auch sehr gute Ungarn, die das Spiel dominieren, keine Frage. Die machen das auch richtig gut. Ja, aber es ist auch schwierig. Man startet nicht perfekt in den Satzreihen, ist gleich mal hinten. Und dass du dann schnell wieder einen Satz reinfindest, ist auch schwierig. Ja, ja, voll. Es braucht oft wirklich Zeit. Man merkt, je länger der Satz gegangen ist, desto besser waren sie im Seido drinnen. Und die Trauer, wie gesagt, die trau den Jungs ja einiges zu. Die können wirklich gut Volleyball spüren. Bist du ein bisschen nervös, ne? Es wird richtig frisch auf dem Kopf. Der zittert sich da hinten mir. Und ja, ich bin gespannt, wie sie jetzt in den zweiten Satz rein starten. Ich glaube, wir hoffen alle auf ein noch spannendes Match und auf einen Sieg für Österreich im dritten Satz. Sag niemals nie, sage ich immer. Aber einfach ist was anderes. Weil die beiden Ungarn, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber die finde ich nicht schlecht. Gestern gegen die Tschechen Beobachtete haben sie im ersten Satz Katz und Maus mit ihnen gespielt. Im zweiten haben sie sich dann wieder ins Leben zurückgelassen. Warum, weiß ich gar nicht. So, aber jetzt Jakob Gitzinger. Gehen wir. Es ist ja ein Volleyballspiel. Beachvolleyball geht auf zwei gewohrnene Sätze. Aber der ist weg. Perfekt. Setting war aber gut. Aber man sieht wieder, langes Flutter-Service, Probleme in der Annahme, obwohl das Setting wirklich perfekt ist. Es ist immer schwierig, wenn du den Ball ein bisschen aus dem Rücken kriegst. Ja, aber der legt ihn dann einen Meter ins Auto. Das ist genau, das ist wieder, ich wiederhole mich da, was ich da, okay. Ja, super. Kann man so machen, warum nicht? Sieht man auch immer mehr. Bist du ein Freund davon? Ich liebe es. Bist du ein Freund davon? I'm loving it. Machst ein Kindl großartig. Oh. Super Eigensicherung. Ja, ja, ja. Gut, gut. Wirklich stark. Das gefällt mir gut. Schaut es an. Es war gar nicht einfach und dann Benni. Ja, da kommen noch ein bisschen Emotionen jetzt dazu. Ich glaube, das ist auch das, was sie brauchen. Ja, ja, absolut. Ja, den haben wir. Gut gesettet noch einmal für Jakob Kitzinger. Jawohl, da geht sie doch raus. Nicht schlecht. Ich habe mir schon gedacht. Ja, genau. Ich glaube, das ist ein bisschen zu, damit du über meinen Monitor drüber schauen kannst. Gut verteidigt, gut verteidigt. War auch straight angeschlagen. Schade, Jakob. Noch einmal die Möglichkeit. Ah, dann läuft er nicht mehr. Jawohl, noch einmal geht er. Gut. Gut, die Männer sind wieder auf Schlagdistanz. Sehr gut. Und führen jetzt hier. Das ist relativ eindeutig. Das gefällt mir. Ja, jetzt kämpfen sie auch wirklich um jeden einzelnen Ball. Zwei Eigensicherungen. Und man merkt einfach, es geht wieder bei 0-0 los. Es ist einfach alles drinnen. Und sie führen für eins. Dann wird es sehr schön abgelegt vom großen Blockspieler dabei in Ungarn. Hat er gut gemacht, Arthur Hoyos. Hoyos. Entschuldigung. Nicht Hoyos. 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 Und der erste Seitenwechsel bei 5-2. Im ersten Satz war es, glaube ich, genau andersherum. Und man merkt einfach jetzt, die Jungs wollen das noch irgendwie drehen. Und man hört jetzt da im Hintergrund ein bisschen die Spielerfrauen. Wirklich? Hört du oder was? Hörst du es nicht? Ich habe gar nichts gehört. Klatschen, jubeln. Aha, nein, das ist mir auch zu wenig. Also wenn die Lina und die Franzi ja schon da sind, dann möchte ich ein bisschen mehr hören. Da passiert überhaupt nichts. Ich weiß nicht, wie das restliche Team das sieht, aber da geht schon ein bisschen mehr. Also wenn sie da schon hier quasi eine Pause bekommen von unserem Scrawler-Team, dann würde ich mir wünschen, dass die da jetzt Vollgas geben. Aber ich höre gar nichts. Nein, der mit Peter Kisch. Übrigens habe ich nachgefragt. Der heißt Peter Kisch. Aber er hat gesagt, ich darf Kisch sagen. So, schauen wir nochmal, den Benchstock haben wir. Jawohl, zack, sehr gut. Sehr aktiv und sehr erfolgreich hier bei diesem Ball. Gut verteidigt. Gehen wir Jakob, komm. Ah, Setting nicht gut. Hat man gesehen von der seitlichen Kamera, da fehlen ein Zermeter. Ah, und der wieder perfekt abgelegt. Ja, ja, die beiden Ungarn, die verstehen ihr Handwerk. Auf der anderen Seite bei den Österreichern ist man das ein bisschen zu... Ah, ein, zwei Sachen besser machen. Sie sind wirklich gut dabei, aber noch der letzte Tick, dann geht das noch. Dann geht das jetzt noch gegen die beiden Ungarn. Alles über Benchstock haben wir. Oh, der ist leider nicht drauf. Ich wollte es vorher schon ansprechen, im zweiten Satz am Anfang nur harte Angriffe. Ich glaube, er muss wirklich eine gute Mischung jetzt finden. Im ersten Satz fast nur Shots gespielt, wenig Angriffe. Jetzt haben wir noch einmal die Möglichkeit. Die ist ja alles noch gut, wir führen ja noch. Jawohl, jetzt mag er wieder. Der war stark. Solange er gut vorbeikommt, die Diagonale soll ja auch weiter dabei bleiben. Nur darf sie nicht zu sehr fixieren, weil ich glaube, dass sie in der Block Defense ja darauf einstellen können. Ah, aber er steht auf der Seite. Ich meine, den muss man haben, oder? Ich meine, das ist immer eine böse... Schwierig. Ich glaube, dass das auch von außen oft leichter ausschaut, als wenn man das selber drinsteht. Weiß ich ja schon, aber ich meine, vielleicht bin ich da über, über, wie sagt man denn genau, oder verlange ich da viel, weil es sind die U22-Gruppemeisterschaften. Noch einmal, das ist jetzt kein, ja, wir spielen ein bisschen Pitchvolleyball und schauen, wer gewinnt und da erwarte ich mir einfach diese Sachen, die funktionieren müssen. Und ich meine, auf der eigenen Seite, wenn der Angriff line kommt, ich stehe line, würde ich mir zumindest wünschen, dass man die Hand hinbekommt. Also, ich weiß nicht, vielleicht sehe ich es falsch, vielleicht bin ich da überstreng. Ich will wirklich niemanden da jetzt auf die Füße steigen, weil das haben sich die Jungs auf keinen Fall verdient. Das ist ein super Pitcher. Oh, schade. Oder sehe ich das zu kritisch jetzt? Ich glaube schon, weil es gibt einfach viele Bälle, die einfach für einen Verteidigungsspieler vielleicht möglich sind, aber man um den Ticken zu langsam ist oder einfach nicht gut beim Ball steht. Manchmal kann es einfach beinlich ausschauen, kommt oft genug vor bei einer Verteidigung. Und von außen, muss ich ehrlich sagen, das fällt mir jetzt extrem auf, wenn ich ein paar Spiele moderiere mit dir, es schaut von außen einfach so viel leichter und entspannter aus, als wenn du wirklich drinnen stehst. Aber merkt ihr schon im zweiten Satz, Servicedruck bei den Österreichern ist wieder viel höher. Sie haben nie mehr dieses leichte Spül, können das Spül auch nicht so gut aufgepasst, nicht so schnell machen wie gewohnt. Und ich glaube, das ist die beste Lösung. So, Auszeit genommen, der Österreicher, neun beide, haben den Vorsprung da jetzt auf Gleichstand schmelzen lassen müssen. Aber hey, komm, das ist ja noch kein Hals- und Beinbruch. Also, da ist alles noch drinnen, würde ich mal sagen. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Da geht noch was, bin ich mir ziemlich sicher. Nächstes Spiel übrigens, wer will es wissen, ist, glaube ich, dass aus österreichischer Sicht vielleicht interessanteste Spiel heute, also auch das wichtigste, weil Lorenz Leitner und Lorenz Größig haben sich da jetzt gestern durch ein sehr eigenartiges Spiel, was wir am Abend noch gesehen haben, gegen die beiden Israelis, leider Gottes, die Round of 24 nicht erspart, sondern müssen das noch spielen gegen die Slowaken, Trubak Pavlikko. Das wird nicht ganz einfach. Ich bin gespannt. Ich habe die Slowaken noch gar nicht gesehen. Nicht schon, wenn das das Team ist. Warte mal, wir schauen ganz kurz mal rein, ob es da mehrere gibt, weil da gibt es ja bei einigen, ähm, wie heißt es, bei einigen Nationen mehrere Teams, bei anderen wieder weniger. Das ist ein bisschen verwirrend. Aber ich kann mir gut vorstellen, da die Slowakei ja nicht so eine lange Anreise hatte, dass die mit mehreren Teams da sind. Aber, so wie es aussieht, na, haben wir ein Team da. Und die waren nicht so schlecht, aber natürlich machbar für die beiden. Und jetzt heißt es aber, jetzt sind wir die Gegenwart, Ben Stockhammer und Jakob Kitzinger. Gehen wir. Die beiden Ungarn machen Punkt Nummer 10. Ja, perfekter Angriff zur Linie. Na endlich hören wir mal die Freundinnen. Hast du es gehört? Jetzt habe ich es gehört. Ja. Mal noch ein bisschen zu leise. Ja, Magda Rabic und Anja Trajlovic haben leider Gottes auch schon die Möglichkeit, hier anzufeuern, weil sie leider Gottes vorher gegen die Russen verloren haben und im ersten Satz so viele Möglichkeiten gehabt hätten. Gut, wir gehen jetzt mal raus in eine TT Technical Timeout bei 11 zu 10 für Ungarn. Alles noch im Rahmen, alles noch gut, alles noch so, dass ich mal sagen kann, gut, das funktioniert. Wir sind übrigens jetzt auf mehreren Kanälen hier live, einmal auf Facebook, einmal auf Lola. Übrigens für alle Fans, die da draußen jetzt noch schreiben, warum das nicht funktioniert. All Fans, all around Europe. Es ist ein bisschen strange für uns, dass wir uns posten, mit der Informationen. Es ist nicht möglich, dass wir uns posten, oder können, die Spiele auf Chord Nummer 2, 3 oder 4. Um, und, um, wir sind nicht sicher, weil ich die Information hierher von Lola.at habe, dass es möglich ist, um, die Streams in Each Chord, all around the world zu sehen, dass es nicht geoblocken ist. Um, und wir sind heute open, unsere neuen Channels, Beachvolleyball Baden YouTube-Channel. So, you have a lot of opportunities to get your stream on your device, wherever you want. Und jetzt gehen wir rein in den nächsten Satz. Auch nochmal ganz liebe Grüße an das Ball-In-Team von Innsbruck Beach Event. Die habe ich auch nochmal durchgeschliffen. Je mehr Kanäle wir haben, desto besser. Bench-Tock haben wir wieder, super Abschluss, ein Angriff in die lange Diagonale. Ja, und wieder Break. Sie haben wieder versucht, das Spiel schnell zu machen, über zwei zu gehen, was bis jetzt super funktioniert hat. Aber wenn man den zum Beispiel in der Wiederholung sehen würde, diese Verteidigung. Wenn wir ihn müssten sehen. Die Verteidigung vom Blockspieler. Ja, das hättest du mir vorher sagen müssen. Also, ich hätte mich als Spieler beschwert, weil Angriff war das für mich keiner mehr und Sauber war der auch nicht raus. Jetzt haben die Ungarn auch ein bisschen Glück, aber es gehört dazu. 13-12. Aber es ist eine ganz komische Stimmung, da jetzt am Center Court. Und auch die Ungarn sind jetzt nicht die mega Emotionsbiester. Und da ist mir ein bisschen, auch das österreichische Team ein bisschen zu. Da stehen ja einige. Jawohl, da müssen wir. Schade, bleibt am Block hängen. Aber es wäre natürlich gut, wenn wir da jetzt ein bisschen mehr Emotionen bekommen würden. Und das kommt irgendwie gerade nicht so wirklich. Der ist weg. Gut. Na gut für die Österreicher, not that good for the Hungarian guys. Ah, schade. Das hat man schon mit dem Aufwurf gesehen, dass das nicht gut gehen kann. Der war ein bisschen zu weit nach vorne geworfen. Und schau dir das mal an. Also, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, lieber Moxa. Aber mir wirken die alle vier Jungs da so auf 70, 80, wenn es hochkommt, 90 Prozent. Ich weiß nicht, da geht mehr. Auch bei den Ungarn, das ist irgendwie so, ja, weiß nicht. Das plätschert ein bisschen dahinter. Voll. Jetzt muss sich der eine mal zusammenreißen und sagen, okay, kommt's. Geh mal. Aus der rechten Sicht, gehen wir jetzt noch mal Vollgas. So. Ah, nein, so will es nichts. Boah, Glück gehabt. Ja, gut. Boah, den hat er noch gut gemacht. Den muss er spielen. Sehr mutig. Super Ball. Was die da rausholen, ist wirklich einmal. Jetzt. Der ist draußen. Schade, aber richtig geiler Ballwechsel. Wenn ich das so sagen darf. Respekt und der geht dann leider knapp nicht ins Feld. Und schau mal hin, haben Sie recht, die Linesmen und Refs. Boah. Aber viel hat nicht gefehlt. Aber cooler Ballwechsel. Der könnte jetzt das ganze Spiel wieder ein bisschen beleben. Würde mich natürlich auch freuen. Ah, zu gut. Richtig starker Angriff. Richtig gut gemacht. Ja, der muss jetzt, der muss jetzt. Oh, der war jetzt wieder auf Seiten der Österreicher. Und genau das habe ich vorher gemeint. Er ist zwar großteils super mit den harten Angriffen in die Diagonale durchgekommen. Jetzt hat sich der Blockspieler zweimal umgestellt. Ist ein bisschen spät in die Diagonale reingesprungen. Und dann ist das einfach keine Option mehr. Und Ben Stockham hat bis jetzt einen Shot gespielt. Schön. Oh, jetzt perfekt. Den hat der Blockspieler auch noch berührt. Und dann wird es schwierig. Dann bist du selber unsicher, was du jetzt machen sollst. Und ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Ah, und die Reiter wird es halt draußen. Ja, das ist so. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Und das passiert mir sehr selten. Ich finde, ich bin gerade für meine Verhältnisse einfach zu stur auf einen Spieler. Also sie geht Ende zweiter Saat. Sie sind ein bisschen hinten. Da würde ich mir schon eine kleine Veränderung einfach erwarten. Der Service-Druck ist nicht mehr so da, dass sie den Blockspieler unter Druck bringen können. Dann probiere ich es mal am anderen Spieler. Es ist ein Wahnsinn übrigens, lieber Mox. Das möchte ich ganz kurz einmal kurz erwähnen. Obwohl, warten wir da mal kurz auf den nächsten Ball. Weil der ist jetzt das Spiel entscheidend für mich. Nein, schade. Netzführung auch noch. Ach, geh. Na, kann passieren. Seiten werden gewechselt. 19, 16. Was ich sagen wollte. Wir haben jetzt unseren Stream seit 9 Uhr online. Hier auf Facebook. Und es schauen richtig viele Leute zu. Liebe Grüße. Und die Reichweiten sind enormst. Also wenn man da 14.000 Leute erreicht innerhalb von drei Stunden. Dann merkt man mal, wie die Community da draußen lebt. Und vor allem, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, bei U-Veranstaltungen schauen auch so viele Familien zu. Ganz wichtiger Punkt und freut uns sehr, dass ihr mit dabei seid. So, jetzt schauen wir mal, ob die Österreicher das noch drehen können. Oh, schwieriger Ball. Das war ein Hellraiser. Der hat jetzt nicht funktioniert. Aber gut. Ich befürchte, liebe Moxer, wir müssen sich in Kürze jetzt dann von dem zweiten österreichischen Team verabschieden. Weil das erste Team, nämlich Magdalena Rabic und Anja Trajlovic, haben sich schon verabschiedet. Mit aber einem guten Turnier. Der ist einmal draußen. Und Ben und Jakob. Zukunftsträchtige Jungs. Ganz junge Spieler, muss man ja auch sagen. Der Mann, der jetzt so wie das 18. Sind beide noch Schüler? Ja. Also bitte, die können ja noch oft U22 spielen. Aber da ist es passiert und das Spiel ist vorbei. Wir gratulieren den beiden Ungarn. Die haben das wirklich stark gemacht. Ein wirklich gutes Team. Bin mal gespannt, wie weit es für die noch geht. Weil die haben das wirklich nicht schlecht gemacht. Schade Jungs. So, und ich werde mal ganz kurz, wenn du mir das erlaubst, zum MC. Und werde die Jungs einmal ein bisschen trösten. Oder? Machen wir das. Machen wir das. Machen wir das. WhatsApp Nachrichten, oder? Ja, jetzt gerade witzig, weil mir gerade Matthias Seisers Freundin geschrieben hat, die Verfolgte sagt. Ah. Mit. Und ja, liebe Grüße Anna. Und ich darf mich jetzt verabschieden. Ich gebe das Mikro weiter. Nein, nicht verabschieden, er sagt nur, er geht in die Pause. Verabschieden tust du dich noch nicht. Ich komme nachher wieder. Ja, darum sage ich, verabschieden tut man sich, du sagst auf Wiedersehen, nicht verabschieden. Verabschieden tut man sich, wenn man nicht mehr kommt. Genau, bis später. Verabschieden tust du dich, wenn du nicht mehr kommst. Stimmt. Ja, du sagst, auf Wiedersehen. Ich sage bis später. Bis später, weil der junge Mann darf kurz Pause machen, weil, was haben wir ausgemacht? Was kriegst du? Bezahlt noch einmal. Zwei Bulldosen waren es, oder? Perfekt, die nehme ich nachher mit. Wir gehen in Kürze rein, das nächste Spiel mit österreichischen Beteiligern. Und der heißeste, der heißeste Medaillenanwärter, da sind sie, oder das eine Bild, nämlich da ist er schon, Lorenz Leitner und da vorne, Lorenz Kreuzig, die müssen es jetzt machen. Und die haben sich gestern gedacht, anscheinend gegen Israel im zweiten Satz, hey, wir wollen in die Round of 24, weil sonst wäre es ja langweilig. Aber jetzt heißt die Aufgabe gegen die Slowakei in Kürze, in Belde, in wenigen Minuten, heißt es Bühne frei. Wann werden das offizielle Spiel jetzt, schauen wir mal ganz kurz nach, wenn es angesetzt wird. 11.30. 11.30. 14 Minuten, dann sind wir live für euch wieder da. Bis gleich. 15 Minuten, dann sind wir live für euch wieder da. 15 Minuten, dann sind wir live für euch wieder da. Vielen Dank. 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 Sorry, sorry, Vielen Dank. Because, because of the weather and the rain. Yeah, yeah. 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 Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. 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 Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, hey, yeah. Ausgleich für die Slowaken von den Slowaken. Wenn ich nichts sage, dann fühlst du dich nicht angesprochen. Ich merke schon, wenn ich dir viel keine Auflage gebe, noch einmal, da fühlt einer der besten Pitcher, die ich jemals in meinem Leben spiel sehen habe, aber beim Reden lässt er sich eher bitten, darum vielleicht wird es vielleicht mit der großen Expertenkarriere nichts, aber das ist ja Wurscht, oder? Aber es macht Spaß. Ja, das auf jeden Fall. Ich mache es immer gern, muss anscheinend noch ein bisschen was lernen. Ja, und heute das Wetter wieder so, dass uns da teilweise die Power Units leider Gottes wieder im Stieg lassen. Naja, hängen doch einige Geräte hier, Gott sei Dank. Eines ist abgesichert, da hängen wir auf eigene Phase, aber alle, die schon mal vielleicht einen Livestream gemacht haben und sich da nicht so sehr einbinden können, vier Quarts gleichzeitig zu streamen, das ist schon nicht so einfach, aber gut. Und wir sehen hier Alle vier Quarts, die dürften jetzt auch wieder alle funktionieren. Die drei Seiten wurden gewechselt. Vier, drei Seiten wurden gewechselt und wir gehen in Kürze rein in den nächsten Sieben-Punkte-Modus, bevor wieder gewechselt wird, schön gelegt. Ja, der war gut. Ja, also wenn er den nicht so platziert spielt, dann hat der Laugans den. Werner Schlatte fragt uns gerade, warum das Top Team in Österreich im Grün spielt. Ja, das hat nichts mit der Nation zu tun. Und warum spielen die Slowaken in Gelb, könnte ich da auch fragen. Also das hat überhaupt nichts mit Nationen zu tun, also dieser Tanktop-Bereich überhaupt nichts. Und Peter Holzner fragt, wer ist Lorenz mit C? Ja, der Lorenz mit C ist der Mann, der jetzt gerade serviert, mit schwarzer Kappe und Lorenz mit Z. Also der Leitner ist mit weißer Kappe unterwegs. Wow, gut verteidigt. Auch sehr mutig, dass er vorn geblieben ist. Ich hätte mich fast gelöst. Ah, der wäre länger besser gewesen. Den haben wir, den haben wir. Den haben wir. Gut, so. Aufbauen. Oh, gute Idee. Leider Gottes nicht so gut umgeführt. Also Idee, gute Ausführung, Mangelware. Oder nicht ganz optimal. Ah, schade, schade, schade. Aber schöner Ballwechsel, wie ich meine. Freut die Fans zu Hause natürlich, wenn wir wieder mal einen schönen Pitchvolleyball-Sport geboten bekommen. Wow, was für ein Duell, hm? Ja, schade um das Break. Ja, voll. Da hätten sie es ja mal absetzen können jetzt zumindest. Aber was soll's, die beiden Slowaken legen ihr Spielgerät wieder ins Netz. Wie gesagt, wenn da, noch einmal, bitte nicht böse verstehen, aber wenn da ein anderes Team auf der anderen Seite steht, wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger für die Österreicher. Aber so können sie sich ein paar Sachen erlauben. Uh, der geht nicht. Der geht nicht. Der Service war stark. Gutes Service. Eigentlich eine gute Idee, auf den zweiten Ball da drauf zu gehen. Ähm, war vielleicht der Spur dicht und deswegen ist er da ein bisschen zu zögerlich dran. Geil. Schöner Block vom Lauernsatz. Ja, alles in fester Hand. Das ist, ähm, die Round of 24. Die ist jetzt irgendwie auf allen Korts oder auf Kort Nummer 1 ein bisschen, na, Schwerpflege ist jetzt übertrieben, aber trotzdem einfach auch den Kopf nicht ganz frei von einigen Teams. Und da sehen wir noch nicht das absolute Top-Niveau. Oh, der war schön. Aber wenn wir schon ein bisschen in die Zukunft blicken dürfen, was den Fortschritt der nächsten Spiele betrifft, mache ich hier mal ein Update. Schauen wir mal. So, um 12.20 Uhr nächstes Spiel haben wir Deutschland gegen Holland. Bei den Ladies dann Russland gegen Österreich. Boah, die Nummer 1 gegen die Nummer 2 des Turniers, kann man so sagen. Weil die Österreicher als Heimteam gesehen, ja, dann wird er abgepfiffen. Um 14 Uhr haben wir dann Italien gegen Bulgarien bei den Herren. Ja, und bis 18 Uhr wird heute noch gespielt. Auf den anderen Korts dann nicht mehr. Ab 16 Uhr übrigens das Ganze dann endlich im Stundenformat. Lieber Philipp, da muss ich dich auch einmal fragen. Dieses 50-Minuten-Ding, das geht mir so was von am Zeiger. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ist es für Spieler auch so? Das verstehe ich. Und ja, also ich verstehe es eigentlich auch nicht ganz, diese 50-Minuten-Slots. Weil ich glaube, dass es sich eigentlich nie ausgeht mit 50-Minuten-Slots. Also es gibt immer irgendwelche Partien, die dann länger oder kürzer dauern. Ähm, und so kriegt man halt dann beim Aufwärmen und allem ein bisschen an Stress dann oft. Ich verstehe auch nicht bei einer U22-Gruppe-Meisterschaft so viele Spiele in vier Tagen reinzupacken. Eigentlich in drei. Weil morgen sind nur mehr Semi-Semi, also der Damen und Herren und großes, kleine Finale der Damen und Herren. Also in drei Tagen wird so viel komprimiert, das verstehe ich nicht. Dann nehme ich mir doch einen Tag mehr, ist doch völlig egal. Und los geht's. Ich meine, das ist eine Kostensache. Verstehe ich natürlich auch ein bisschen. Ja. Oder vielleicht muss ich noch einen fünften Chord spielen lassen. Aber das, ich finde, das machst du auch den Youngstars hier keine Freude. Aber das ist nur meine Meinung. Ja, also international ist es dann eigentlich ähnlich. Also es ist ja bei Vier-Stern-Turnieren dann oft so, dass du manchmal an einem Tag drei Spiele hast. Also in Mexiko war es genau gleich. Das ist ja Irrsinn. Das ist Irrsinn. Drei Spiele. Ich meine, auf dem Niveau. Du spielst jedes Spiel mit 100% und bist wahrscheinlich nach einem schon fertig. Wenn du keinen Physio hast vor Ort, bist du tot. Schön. Schön. Den setzt er genau. Wir haben eine Führung für Autrisch. Zum... Elf zu zehn. Technical Timeout. Danke, mein Lieber. Schau dir das an. Schau dir noch einmal auf. Und dann legt er ihn perfekt ab. Und er gibt der Verteidigungsspieler der Ungarn schon relativ bald auf. Slowaken, Entschuldigung. Mach ich ja. Heute habe ich es wieder mit den Nationen. Aber eigentlich eine gute Partie. Die Slowaken kommen immer besser im Spiel. Ja, danke. Das wollte ich gerade sagen. Jetzt habe ich mich da mal ein bisschen ablenken lassen von anderen Sachen, aber da gebe ich direkt. Ja. Nein, die haben jetzt einen guten Rhythmus gefunden. Unsere sind auch nicht ganz konsequent geblieben. Aber... Ja, ich denke, wenn sie da jetzt... Jetzt ist so die Zeit, wo man dann im Diamond kurz bespricht, nochmal Fokus sammelt und dann... Ich glaube, wir haben sie das gezeigt, dass sie da jetzt ein bisschen wegziehen. Wenn ich den Spielplan richtig interpretieren darf, spielt der Gewinner um 14.50 Uhr und muss dann noch einmal ran, wenn die Round of 16 gewonnen werden kann um 18 Uhr. Also das... Wenn die beiden Österreicher, Lorenz und Lorenz, hier morgen mitspielen wollen, dann wird das ein hartes Stück Arbeit heute, aber leicht ist im Leben nichts. Richtig schöner Ball vom Lorenz. Richtig schöner Ball vom Lorenz. Der Dominic hat uns jetzt auf eine eigene Basen trinken. Der Dominic, der hat uns auf eine eigene Basen trinken. Der Dominic hat uns jetzt auf die Abkasten. Komm, dass du jetzt einmal aufgefahren hast und nicht voll funktionieren, weil er unsere eigene Basen trinken hat. Richtig? Vor 10 Minuten. Oder wie du gerade drüben warst du mit drin? 12 Beide. Das ist jetzt ein spannendes Spielchen jetzt. Muss ich ehrlich sagen, am Anfang des ersten Satzes, oder irgendwie ersten Satzes, hab ich mir gedacht, naja, das war relativ eindeutig. Aber jetzt ein bisschen... Ah, schön. Feines Hänschen. Da wird der Papa, der Präsident des österreichischen Volleyballverbandes, auch einmal verlocken. Vielleicht kommt er morgen, hat er mal geschrieben. Er ist ja auch international immer viel unterwegs beruflich. Gutes Service. Gutes Service wieder, ja. Oh, ich glaube der wäre nicht gekommen, aber wurscht. Dafür ist der da, dafür ist ja der da, gell? Wichtig. Jetzt einmal die Zwei-Punkte-Führung. Der ist drauf! Super Surf! Ui! Schaut euch das an! Da schauen wir uns gerne noch einmal an. Zack! Oh, da hat er sich verschätzt. Naja, kann passieren. Na, wir haben hier eine komfortable Führung wieder für die Österreicher. Bist du eigentlich ein Spieler, der, wie soll ich das am besten sagen, der das braucht, dass er weiß, er fühlt sich in Sicherheit oder schaust du gar nicht so viel auf den Spielstand? Ich schaue eigentlich gar nicht auf den Spielstand, wenn ich ehrlich bin. Weißt du nie, wann das Satz vorbei ist? Bitte? Du weißt doch nie, wie das Satz vorbei ist. Also letzte Wochen beim Conti Cup ist es mir wirklich passiert, dass ich am Schluss von einem Satz nicht gewusst habe, dass er jetzt vorbei ist. Wie genial! Aber das ist wahrscheinlich die richtige Einstellung. Letzte Woche kam mir die Frage von Sandy Huber, was ist der wichtigste Punkt in einem Satz? Erzähl mir das du. Der wichtigste Punkt? Jeder. Das ist mal die Diskussion. Was ist der wichtigste Punkt? Oder was von Clemens Doppler? Ist der erste wichtiger als der letzte? Weiß ich nicht. Ist es schwierig? Oder ist der erste schwieriger als der letzte? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, so kann man es nicht wirklich definieren. Ich glaube, man sieht es im Spielverlauf, wenn es dann am Ende super knapp ist und man eine Breakchance hat, die den Gegner dann auch mental irgendwie fertig machen könnte. Das ist dann so der Punkt, der quasi das Spiel entscheiden kann, glaube ich. Okay. Aber sonst glaube ich, dass jeder Punkt gleich wichtig ist. Dann kommt noch eine Frage von mir, die stelle ich dir. Ah, das ist auch ein Zuspiel. Ich kann euch das gerne von der seitlichen Kamera noch einmal zeigen. Das Zuspiel war es. Da schau her. Und da geht er jetzt. Ah. Warte, ich fahre noch einmal ein bisschen zurück. Schau hin. Da kommt das Zuspiel. Da jetzt. Und da ist er schon im Anlauf. Er muss noch einmal bremsen, weil der Ball eher in den Rücken gespielt wird. Und das war jetzt hier das fatale Momentum für die Österreicher. Und weißt du, was so interessant ist? Wir haben jetzt hier eine Auszeit und was ich gestern noch mit den Jungs im Hotel im Ette Park besprochen habe, mit Lorenz und mit Lorenz, hat mir Lorenz Leitner gesagt. Er war total verblüfft, dass über ihn gespielt worden ist, weil er in den letzten Spielen fast keinen Ball angegriffen hat, nur aufgespielt. Und man merkt, das hat er immer noch nicht so richtig draußen bzw. drinnen, gell? Ja, also das ist, wie gesagt, das ist dann auch oft gegnerabhängig und auch trainerabhängig, wie die anderen wenn analysieren. Das war bei mir selbst, war es eigentlich auch in den Nachwuchs-EMs oft so, dass sie oft auf mich gestartet haben und dann gewechselt haben eigentlich oder es war auch WM zum Beispiel, wo ich eigentlich fix gedacht habe, dass sie alles auf mich spielen werden und überhaupt nie auf meinen Partner, wo ich mit Paul Buchegger zusammen gespielt habe bei der WM. Du hast mit Paul Buchegger gespielt? Ja. Wieso ist mir das hingegangen? Ja, U19 WM in Porto. Cooles Team. Cooles Team. Ja, war ein richtig cooles Turnier. Welcher Platz? Wo ist es? Wir sind am Ende fünfter geworden. Ha, nichts Problem zu erwarten. Fünfter, stark, wirklich gut. Leider, leider gegen die Norweger verloren, gegen Sorum. Ja, aber die sind ja nicht so gut, warum habt ihr denn da verloren? Ja, damals haben wir sogar Matchbälle gehabt, wenn ich mich richtig erinnern kann. Jetzt. Jetzt wieder zwei Punkte Führung, 17-15. Und da kann er sie belohnen. Richtig gut. Ja, ich bin da völlig tiefenentspannt. Ich habe da Urvertrauen an die... Oh, stark! Ah, Netzführung von Laurenz hier am Netz. Aber die Interaktion war richtig cool. Doppelgesprungen. Ja, da lässt er sich faken. Darf man sich faken lassen? Verliert dann leider ein bisschen das Gleichgewicht. Aber ich bin, glaube ich, immer noch ein bisschen baff von der Information, dass du mit Paul Buregger eine WM gespielt hast. U20 oder wie? U19. U19. Wo war Borte, hast du gesagt? Paul Buregger, hast du noch Kontakt zu ihm? Ah, ja, jetzt haben wir uns wieder gesehen sogar. Letzte Wochen war er bei uns im Maxim Gym und hat trainiert fleißig. Willst du nächste Woche bei der Sliberleague spielen in Amstetten? Gute Frage. Kann ich da leider nicht beantworten. Ich schreibe ihm dann. Boah, der hat jetzt Glück gehabt. Da war er fast über den Schiedsrichter-Thron gestolpert. Anton Peutz, der Schiedsrichter aus Slowakei, bleibt aber hier standhaft und der passt. Wir haben ein 20.16. Matchball für die Round auf 16. Dann wären sie mindestens neunte und das wäre schon mal richtig cool. Aber die beiden Jungs sagst du ganz ehrlich, die will ich morgen ein Spiel sehen. Also wenn die morgen nicht spielen. Ultimo kommt auch von Peter Kisch. Der passt. Schön. Wirklich starker Angriff von den Slowaken. Das kann er. Wenn er den ein bisschen noch forciert, den Line-Schlag, boah. Richtig guter Mann. Hat er schön gesehen, dass er da rübergreift in die Diagonale. Du musst aber auch schauen, da beim Service ist der Platz schon sehr hart. Also da kommt man richtig gut aus dem Sand raus. Vor allem beim Netz würde ich es eher nicht so sehen. Ja, also servieren kann man da in Baden. Oh, habe ich es nicht gesagt. Richtig guter Service auch. Da kommt er schön aus dem Platz raus und der geht mittendrin, statt nur dabei in den Husband-Wife-Area. Uh, aber den gebe ich eher Laurenz Leitner. Der war ziemlich auf seiner Seite. Oder eher. Der ist weg. Und damit haben wir ein Team, das in der nächsten Runde steht. Ganz kurz Philipp, ich muss zum MC werden. Wir haben ein nächstes Team mit der Runde steht. Und gratulieren Laurenz mit Z und Laurenz mit C. Zum Einzug, dass wir haben einen niedersieg neuen Platz von Corona. Dazu gehört dann mal. Das ist ein Witz noch sicher. Die Runde steht für einen Witz noch zweifelig zu gewinnen und zu drüten drüten Taumen. Also, congratulations to your really tough performance today. Arien, guys. Was eine really.. nice second set. Also.. Thorne. Aber wir hatten die Zeit, mein Bauer. Vielen Dank für's Zuschauen. Phil, ich würde sagen, wir machen ganz kurz Pause, dann sind wir wieder zurück. Damen macht der Durina bei uns, was sagst du den Laurens noch einmal, also zu dem jetzigen? Sehr stark, ja, ich bin schon gespannt aufs nächste Spiel und ich glaube, wenn ich es richtig gehört habe, haben sie jetzt die Slowenen und ich glaube, das wird eine richtig spannende Partie dann. Emotionsbombe, Phil Waller, wir sehen uns dann später, danke dir dabei. Bis später, danke. So, einmal das Mikrofon noch aufgetreten, ja und Information bitte, wenn er mich hören kann, ganz wichtig, unser Turnierarzt Reini Schmidt, Turnierarzt Reini Schmidt, bitte komm schnell auf Court Nummer eins, Turnierarzt Reini Schmidt, bitte schnell auf Court Nummer eins kommen, bitte, danke. Danke. Da ist er schon, Reini Schmidt, endlich mal davon mal auf Center Court und er ist aber nicht im Einsatz. Mein lieber Reini, mit einem deiner Lieblingssongs werden wir dich jetzt hier mal auf Court eins begrüßen. Wir sagen nämlich vielen lieben Dank für den Einsatz der letzten Jahre, gratulieren auch zu deiner abgeschlossenen Ausbildung mein Lieber. und eine kleine Anekdote mein Freund, denn Babsi Fuchs hat mir noch geschrieben, er wusste schon früher, als er beim Volleyball durch die Damendusche ging, dass er Arzt werden möchte. Ich darf das, ich bin Arzt. Mein Lieber, vielen Dank für die letzten Jahre und hoffentlich auch die kommenden, dass du uns da immer so stark zur Seite und vor allem vom Team hier für uns da bist. Freut uns riesig. Danke, lieber Reini. Aber da sieht man mal, wie schnell der am Court ist, wenn man ihn ruft. Es ist ja Wahnsinn. Ist jetzt offizieller Turnierarzt, hat die Ausbildung jetzt abgeschlossen. Reini, wir gratulieren dir und danke, dass es dich gibt, ohne dich geht es nicht. Naja. Und wer es nicht wissen sollte, zu diesem Song kann dieser Doktor richtig gut tanzen. Vielleicht zeigt er sonst noch. Nichts, wie schon mal gesagt. Nein, bis dann. Nein. In das Buch. Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Bye. Vielen Dank. Bye. 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 Vielen Dank. 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 Wir haben schon gedacht. Das stimmt. mein Team, wir haben, wir haben, zwei, dann, wir haben, da, wir haben, von jedem, und, , und, , 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 ,,,, 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 ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, anzusehen. Und da sieht man schon, die Bewegung nach vorne und da machen sie dann kurz ein Prozess. Und der Schlag aus der Richtung. Also wirklich für die Ronja hinten schwer, den zu verteidigen. Da spielt sie schon ihre Klasse aus, aber es steht 14-14. Also alles drin. Oh, der war drinnen. Super Service. Und sie freut sich wie verrückt. Die Nummer zwei. Russland flippt fast aus. Maria Bucherova. Miene nicht verzogen. Nein. Ja, spitze. Bravo. Hey, aber das Spiel der Österreicherinnen ist grandios. 15 beide. Wir sind jetzt mittendrin in der heißen Phase dieses ersten Satzes und da ist überhaupt nichts auszumachen, wer hier sich durchsetzen kann. Wieder ein guter Service. Und alleine das stimmt nicht. Weg, 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 weg. Ich hätte mich da jetzt grüßt. Gut aufgepasst. Juli Mitter, hol dir den Break. Hol dir den Breakpunkt. Nochmal. Ah, das war jetzt ein typischer Ich. Ich nehme ihn. Du hast ihn nicht. Und umgekehrt. Ja, genau. Schade, schade. Trotzdem gute Defense. Und da sagt Juli Mitter, geh hin und die Ronja auch. Das war jetzt bitter. Wenn der ein bisschen weiter nach hinten vom Block kommt oder einfach ein bisschen näher zu Julia geht, dann haben sie den, glaube ich, noch. Oh, super schön. Ja, schwierig. Aber es sieht so aus. Das war ein Weltklasse-Service, behaupte ich jetzt einmal. Das war ein Weltklasse-Service. Und ich sage auch eines noch dazu. Ich glaube, ich habe einmal mit trainiert. Damals mit Weltteufel und Lisi Klopf. Damals in Traum war das. War ich auch noch besser in Form vor etlichen Jahren. Und beim ersten Service habe ich mir gedacht, what? Ja, das glaube ich. Damenservice 224 ein bisschen niedriger natürlich. Ja. Und die kommen da daher, diese Geschosse. Also ich sage immer eines. Ich glaube, dass die Frauen in Relation viel besser annehmen müssen als die Herren. Oder können müssen. Ja, also die Herren sagen ja selber immer, wenn sie jetzt mal mix oder so trainieren oder eben am Daumen-Netz. Das Schwierigste ist die Annahme. Und ja, aber muss man halt auch gut machen können. Und sicher eines der wichtigsten Elemente. Aber auch beim Daumen, was da daherkommt. Deshalb ist mit dem Service auch so viel drin teilweise. Also man kann echt viel mit dem Service machen. Das merkt man immer wieder. Aber ja, eben jetzt wieder auf die Annahme fokussieren. Und sie spielen derzeit wirklich auf Augenhöhe. Und zwei Punkte kann man schon noch aufholen. Das absolut. Jawohl. Super Chaos. Das war ein super genialer Timeout-Moment. Wo ist der Trainer? Ah, wieder der Herr, den ich nicht weiß. Genau, der Mark Dämmer. Danke dir. Kann ich mir nicht merken. Also Trainer für dieses U22-Turnier im Jahr. Starkes Service auch. Das ist wichtig, dass man den aus der Fassung ein bringt und dann vielleicht. Aber die spielt wirklich aus... Man kann es von der Seite, glaube ich, jetzt besser sehen. Aber der hat gerade aus 2, 2,5 Meter Entfernung vom Netz am perfekten Cutshot gespielt. Also es war sehr, sehr gut. Seitenwechsel 17, 18. Sehr gut. Seitenwechsel 17, 18. Sehr gut. Auch Breakouts wäre natürlich optimal. Ja. Achtung, Zweiter. Ja. Oh, das hört sich jetzt wichtig. Ein Ausgleich ist drin. Super, komm. Ausgleich ist drin. Oh ja, aber komm, komm. Geht weiter, geht weiter. Ich will mich jetzt lösen. Ich will mich jetzt lösen. Warum hören Sie mich nicht? Ich habe schon befürchtet. Ich würde auch ehrlich gesagt, wenn der Ball für den Russinnen, für die Nummer 1 weiter weg ist, also Gehe ich sofort nach hinten. Die schottet dich sonst aus. Ja. Wenn du zu zweitem der Tiefen bist, hast du irgendwie eine Chance. Super noch gerettet. Super Setting. Boah, der war stark noch. Weg, 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 weg. Jawohl. So, jetzt noch einmal. So. Noch ein Aufbau. Der fällt mir sehr gut bis jetzt. Noch ein Aufbau. Der war es nicht. Der war auch nicht gut aufgebaut. Aber da muss man resetten und ja. Da ist die gut. Ist die gut, meine Herren. Schade, schade. Ja, das ist es genau. So ein, zwei Defense-Chancen und Break-Chancen nicht nützen und das macht halt einen riesen Unterschied. Ja. Der ist auch da. Ich habe schon in der Flugphase gedacht. Erster Satz geht mit 21.17. Die Russinnen. Was für ein Toller-Satz der Österreicherinnen. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Überhaupt kein Thema. Da dürfen wir jetzt nicht zurückstecken. Genau. Einmal noch aufs Handy geschaut, was da reinkommt. Irgendwas. Aha. Irgendeine Lieferung ist da. Keine Ahnung, was das sein soll. 21.17. ist der Satz durch am Scoreboard. Jetzt ist es auch da bestätigt. Ja. Also ich finde trotzdem, dass es ein guter Satz der Österreicherinnen war. Vor allem am Anfang. Und ja, im zweiten Satz ist immer noch alles drin. Die Russinnen sind natürlich stark. Und da muss man, wenn man die Chance hat, dann muss man es gleich zu machen. Weil zweimal lassen die sich die Chance nicht nehmen. Das ist halt leider so. Es ist ein richtig starkes Team und ich finde, das zeichnet so richtig gute Teams auch aus. Dass sie, ja, wenn man die erste Chance vergibt, dass sie dann das gleich machen, wenn sie eine leichte Chance haben. Also die vergeben nicht unnötig, sage ich jetzt einmal, Punkte oder machen unnötig eigene Fehler. Das machen Top-Teams einfach nicht. Und da muss man halt jede Mini-Chance, die man kriegt, sofort nutzen. Sonst, ja. Wieder an der Spitze eigentlich, wenn die Partien da ausgemacht? Ja, also ich glaube schon, dass sehr viel mental ist. Vor allem an der Spitze, man sieht vom Niveau, ist jetzt nicht mehr so viel um. Es können viele Teams gegeneinander gewinnen. Und vor allem, ja, bei den Damen gewinnen immer andere Teams. Ich meine, bei den Herren sind eben mal so richtig stark. Aber bei den Damen gibt es mehrere Gewinner. Super schade. Aber mental entscheidet sich schon sehr viel. Vor allem in wichtigen Situationen oder wie geht man vielleicht mit Fehlentscheidungen vom Schiri um. Oder, ja, wenn man sich ärgert oder irgendwie einen wichtigen Punkt verschießt oder so, dass man da gleich mental wieder zurückkommt. Also ich glaube, das ist eine Sache, die ich oft schon in verschiedensten Sportarten sehe. Ich glaube, im Kopf ist im österreichischen Sport noch viel drinnen. Oh, der steckt gut. Ja, das glaube ich auch. Wahnsinn. Guter Shot. Ist die gut. Also Respekt an die Nummer 1, die kann alles. Ja, ich finde, die hat sehr viel Übersicht und wenn der Ball gut aufgespielt ist, kann sie ihn auch so richtig gut rein angreifen. Also, ja. Ja, aber das sind immer nur die Breakpunkte. Ja, beim Sideouts funktioniert es richtig gut bei den Österreichern. Die Quote stimmt. Ja, na, Sideouts spielen sie jetzt echt gut. Ich glaube, das Set war ein bisschen nahe, weil sie haben sie gut gesichert. Das ist sehr wichtig eben bei der großen Blockerin. Ich habe gedacht, vielleicht ist sie mit dem Fingerspitzen dran, aber da war sie nicht dabei am Block. Die ist ja wie nicht, aber unglaublich stark. Oh, der Setting ist gut. Ja, oh, schade, schade. Oh, schade, Dorina, der wäre gut gewesen. Ah, Ronja. Ja, die Idee war gut. Ich muss mir eine Kasse aufmachen, wenn ich dich mit deiner Schwester stehe. 5-2 wechseln. Ich habe mir viel rei gewünscht. Ja, aber jetzt vielleicht gut für sie. Ein Seitenwechsel ist immer so ein bisschen eine mentale Pause, beziehungsweise wo man sie wieder sammeln kann vielleicht. Ja, jetzt ist sicher wichtig, dass sie dranbleiben und einfach locker weiterspielen und sie nicht verunsichern lassen. Ja, aber schau dir mal das an, was die für einen Tog machen. Aber gut ist der. Ah, schade. Der bleibt leider hängen. Jetzt haben sie die Auszeit. Ja, jetzt hat er damals in Österreich. Muss er machen oder sicher auch. Muss man sie früh nehmen, ja, weil man ein paar Punkte verliert, das ist ganz klar. Wir blicken mal auf, wenn wir kurz Zeit haben, auf den nächsten, also auf die Zukunft blicken, sagen wir so. Sehr gut, ja. Und schauen wir mal, wie denn die nächsten Spieler hier ablaufen. Wer hier spielt? Auch österreichisches Herren-Team ist ja noch drinnen. Antje Hill, sage ich noch ganz kurz, der hat sich vollkommen recht, das war ein guter Satz. Das sehe ich auch so. So, aber jetzt das Spiel, machen wir mal Refreshen der Seite, damit es auch wirklich aktuell ist, jawohl. Also Österreich, dann im Anschluss Italien gegen Bulgarien bei den Herren. Auch wieder Round of 16. Und dann um 14.50 Uhr auch ein mega interessantes Spiel. Da müssen die beiden Österreicher Leitner größtig ran gegen Bosniak Braco aus Slowenien. Okay. Wenn sie das gewinnen, spielen sie heute um 18 Uhr um den Einzug ins Morgue Semifinale. Und für die Ladies jetzt ist auch alles noch drinnen. Die würden übrigens um 16 Uhr ihr Viertelfinale spielen. Also ich hoffe, wir sind Ronja und Julia noch um 16 Uhr. Das würde ich mir so sehr wünschen. Das wäre genial, natürlich. Aber, ups oder, wir müssen raus. Jetzt geht es weiter. Schaut euch das an. Aber gut, da seid ihr noch. Ja, ja, voll, aber trotzdem. Ja, ja, ja. Oh, und die hat er noch. Okay. Ja, baut auf, Juli. Mit der... Oh! Nein. Schade. Ach, der tut mir gerade so weh, der Ball. Der ist leider bitter. Der war so hoch. Schauen wir nur mal hin und da. Aber sie wollten, ich weiß, sie wollten auf 2, der Ronja, nein, auf 2 anspülen. Das glaube ich gar nicht. Wenn du auf die Technik schaust, hat sie beim Moment der Ballannahme, wollte sie bewusst nach unten gehen und ist sogar leicht entgegen gegangen. Dann ist wieder der Ball, glaube ich, weggerutscht nach vorne. Schade. Ist ja egal, ist ja egal. Er kommt nie wieder. Abhaken nächster. Mit ein guter Sideart dafür. Na gut, das sei doch nicht. Ich würde jetzt ehrlich... Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ja, ja, das passt schon. Ich sag dir, die müssen sich mehr lösen bei der kleineren Spielerin. Das haut schon hin. Gut. Ah, okay, gibt's ja nichts. Ja, jetzt leider ein bisschen viele Eigenfehler von den Österreicherinnen und das nutzen die Russinnen im Geil aus. Ja, aber das sag ich dir ganz ehrlich, das habe ich leider befürchtet, denn der erste Satz bis 16 war wirklich on top und jetzt müssen sie da ein bisschen durchschnaufen mal. Ja, die Russinnen, die haben ja heute am Vormittag noch nicht gespielt, weil die Gruppensiegerinnen waren. Wahrscheinlich haben die auch ein bisschen gebraucht, dass sie reinkommen ins Spiel. Ich würde switchen. Ich würde switchen. Mädels, probiert es über die Große. Es ist wurscht. Wir haben uns noch nicht angesehen, wie gut sie annehmen kann. Wir wissen es gar nicht, denn Maria Bocharova, die beiden Marias, also Warinina, die kleinere Spielerin und die große Bocharova, die hat in diesem Spiel, glaube ich, gefühlt noch nicht angesehen. Super, Ronja. Gute Freude. Aber leider hat sie annehmen. Und Maria Bocharova zeigt uns jetzt, was sie drauf hat am Service. Und das ist eine Menge. Also Wahnsinn, was die kleine Spielerin hier für einen Service auspackt. Ja, dieser wird gut und ich glaube, wir müssen die Annahme jetzt wirklich stabilisieren, damit da wieder der Sider da ein bisschen konstanter wird. Ja. Das dritte Thema ist leider Gottes, wenn du die Russinnen in Bedrängnis bringst, glaube ich, werden sie nervös, weil sie sollten eigentlich nicht verlieren dieses Spiel. Ja. Außer von ihrer Warte her. Aber sie sind da jetzt schon... Jawohl, Julia. Super. Gut. Ich würde sogar sagen, mega. Aber andererseits, so emotional wie die sind, glaube ich, kann die nicht sehr viel aus der Fassung bringen. Doch, glaube ich schon. Also ein Round of 16-Game gegen Österreich, das wird sogar in Moskau notiert, wenn du es verlierst. Ja. Na ehrlich jetzt. Ja, beleidigt. Na schon. Oh, super Service. Gutes Service. Ich werde switchen. Die nimmt so gut an. Gut. Super Ronja. Gehen wir. Hol der Punkt Nummer 6. Was macht der Junja Mitter? Nochmal, nochmal. Du kannst doch nicht gegen diese Blockspielerin so knapp aufspielen. Löf sie, löf sie. Weg ist er. Ja, gut, gut, gut. Sehr gut. Die braucht man nicht blocken. Ich sage es dir ganz ehrlich. Die kann sogar einen ganz dichten Ball bekommen. Ich würde mich da echt lösen. Ich sage es dir. Ja. Ja, schwierig. Jetzt wäre ich gern der Trainer der beiden Girls. Ich sage es dir wirklich. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich den Job besser machen könnte. Auf keinen Fall. Aber ich wäre es gern jetzt. Einfach nur für eine Minute und ihnen einfach was sagen. Ja, ja, ja. Gut. Dezipiert von Ronja. Hol der Punkt Nummer 7. Ja. Jawohl. Mit Bauer durch. Super. Das schaut ganz anders aus. Das schaut jetzt ganz anders aus. Und da. Der Block springt sogar in die Diagonale. Aber die Ronja hat ihren Schlag noch mehr zur Linie geschafft. Also am Block vorbei, obwohl der Block Diagonal war. Sehr guter Schlag und wichtiger Punkt. 7.10 schaut schon wieder ein bisschen besser aus. Das schaut gut aus, ja. Score stimmt übrigens nicht hier im Oberlay. Nicht wundern. Okay. Also 7.10 steht jetzt nicht 15. Der passt wieder. Oh, der war gut. Feiner Couch hat. Ja, ja. Das ist die Frage, ob hier schaut so aus, als wäre unser Handy wäre. Oh, sehr gut. Sehr gut. 8.11. Also 2 Punkte noch bis zum Timer zum nächsten. Ja, wäre super, wenn wir die 2 Punkte jetzt machen könnten, weil dann wäre es wieder sehr ausgeglichen. Ja, super Defense. Ja. Wow. Wow. Okay. Sehr starker Defense Touch noch. Wahnsinn. Der ist fast noch einmal zugekommen, aber Paul bleibt Gott sei Dank am Netz hängen und für unsere Österreicherinnen natürlich super. Oha. Jetzt eine gelbe Karte. Aha. Ich weiß nicht, ob die... Dürfen die das gleiche Handtuch da verwenden? Ah. 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 Nur eine auf einmal und das sind quasi gleichzeitig hingegangen wegen Corona. Ich weiß... Das ist ein Punkt, oder? Das ist ein Punkt für Österreich, oder? Ja, ja. Ich war... Ah, nein, nein, nein. Gelbe Karte noch nicht. Doch, doch. Ich glaube schon, dass jetzt ein Punkt mehr war, weil ich hab da jetzt 9 stehen statt 8. Ja, aber das war vorher der Punkt, den ich machte. Ich hab mir eingebildet? Ja, ja. Okay. Aber ja, in Cancun war es eben so, dass du sogar nur... Also ein Handtuch war für ein Team auf der anderen Seite und auf der anderen Seite ein Friedrichs-Handtuch für das andere Team. Hanna! Da hat sie sich jetzt aus der Ruhe bringen lassen. Das darf Ihnen nicht passieren. Für dich zumindest. Also da dürfen ja auch schon, aber sollte nicht passieren. Ja, ja, das waren ein paar Eigenfehler. Und ich glaube, das macht den 3-Punkte-Unterschied schon auch aus. Ja. Hm. Aber bei 12.09 ist noch lange nichts vorbei und man kann das Spiel auf jeden Fall noch drehen. Und dann geht's wieder rechts und die Karte der Autocom. Sieht die da? Ja. 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 und dann sind es nur noch zwei punkte also jetzt wieder in reichweite der ausgleich super service das war ein absolutes top service von ronja die räuber doch genau danke dir deine mama was jetzt wieder einen reveals da genau das ist sehr schade gute sicherung. jetzt befürchte ich wird es nicht einfacher, lorina. ich habe irgendwie das Gefühl, die russinnen haben das jetzt gut unter kontrolle und die österreicherinnen. aber das ist das service von der grösseren maria. das sieht man sofort. wir sitzen da 4 m in verlängern dem netzkant und du Du siehst bei der Berührung nach dem ersten Meter wohin der Ball geht und du weißt sofort, der kommt nicht. Es kann sich nicht ausgehen. 16, 11. Ja, man sieht einfach, dass der Service der Russinnen und den Österreicherinnen einfach sehr Probleme bereitet. Und das ist, ja. Haben wir noch eine Auszeit gehabt? Ah, Seitenwähren gewechselt, Entschuldigung. Nein, Auszeit ist glaube ich schon genommen am Anfang, sondern ganz am Anfang. Ganz einfacher Side-Switch. Ja, genau. So langweilig ist die Partie bei Weitem nicht, aber der Tag schon lange. Ich habe vorher Mittagspause gehabt und bin dann immer ein Spiel völlig ko. Ja, die Verdauungssache. Früher habe ich hier in Baden zwölf Spiele durchmoderiert im Entertainment. Mein Hirn war nachher Brei, aber wenn ich zum Mittag irgendwas gegessen hätte, wäre ich da gewesen. Bravo Shot. Super. Genau in den Schatten gespielt. Mhm. Ah, ist das gut. Ja, guter zweite Ball. Wie groß wird die sein? 1,80? 1,85? 1,90? Ja, der ist über 1,85. Ich würde sagen zwischen 1,85 und 1,88 wird das sicher sein. Ja, und die andere ist ja konstante Annahme. Und wenn die dann perfekt nach vorne geht, dann ist ein zweiter Ball für die Große natürlich easy. Ähm, ja. Ja. Aber wie viel Hoffnung hast du jetzt noch? 100% oder sind es ein bisschen weniger? Naja, ich denke, der Satz ist immer erst bei 21 aus. Ja, gut. Also schauen wir uns das einfach weiter an. Out zum Beispiel. Okay, okay. Minus 4. Genau, und es ist immer alles möglich. Also man kann da jetzt noch gar nichts sagen. Sicher müssen sie jetzt echt ein bisschen Glück haben und sehr gut spielen. Aber ja, es ist nicht unmöglich. Ah, Out. Der war immer Out. Wahnsinn. Jetzt schauen wir uns nochmal an, oder? Ja, gerne. Er kommt da. Ja, das war ein Wahnsinnshammer, aber war wirklich knapp im Out. Boah, also von der Kameraperspektive wird es schwer zu sehen, aber er war wirklich nicht drauf anscheinend. Ja. Ja, was bringt der Hammer, wenn er nicht ins Feld kommt? War der Hammer Hammer? Ja, stimmt. Fragen wir mal Markus Günther, war der wirklich laut? Nein. War auch keine Reklamation. Ich glaube, wenn es da jetzt... Nein, ich finde, der war dann eh relativ weit, also weit, aber man sieht klar, dass der nicht drauf ist. Ja, jetzt sieht man wirklich. Warte, ich zeig's dir noch einmal. Also der war 10 cm weg von der Linie. Weißt du was? Wir haben ja die Möglichkeit hier technisch hier noch einmal reinzuschauen. Ja, bitte gern. Schauen wir noch einmal. Da. Ah, da sieht man es gar nicht. Weil sie ist überdeckt. Warte einmal. Von der Seite vielleicht. Von der Seite bekommst du es noch einmal natürlich. Ja, perfekt. So. Ja. Ein super Swing, aber... Ich lasse einmal weiterlaufen mit einem Prozent. Warte einmal. Ein bisschen weiter. Ja, ganz klar im Out meine ich meine. Ganz klar. Also hey, der war ja ein Kilometer. Ja, aber ey. Schnell weg mit uns. Was? Ah, schade. Ganz klar im Out. Was für eine Aussage von Turina. Ganz klar. Also das war... Das war nicht einmal knapp. Das war nicht einmal knapp. Nein, das ist Spaß natürlich. So. Einen Punkt gibt es noch auf den jeweiligen Seiten. Dann wird gewechselt. Den könnten wir uns noch mitnehmen. Ja. Schön. Schön. Das ist super. 16, 19 drei Punkte. Ähm. Ja. Ja. Ja, ja. 16, 19 drei Punkte. Genau. Da drüben steht es falsch. Da drüben steht es falsch. Ist sowieso ein bisschen überfordert gerade da drüben, weil... Die macht nämlich auch unseren... Ja genau. Der Score für den Overlay hier auf unserem Livestream. Ah, ok, ok. Auf Code 1. Ja, eh klar. Neben mir sitzen drei junge Menschen, die machen seit drei Tagen keinen einzigen Fehler. Das ist unfassbar. Na. Der ist natürlich schade. Boah, ich verstehe das nicht. So holst du doch keinen Empower. Aber die muss riskieren. Natürlich verstehe ich es. Ja. Natürlich verstehe ich es. Aber trotzdem sind es halt ein bisschen für Eigenfehler gewesen jetzt in dem Satz. Was natürlich einfach schade ist. Aber ja, eben man muss riskieren. Ah, leider sieht es aus. Das war's. Schade. Aber wir gratulieren. Ronja, lass mich ganz kurz meinen Zweitsjob hier machen. Ja, ja. Bitte. cooker. Dann Lives. Ich dreye mich diesen auch runter. Ich harmonyعere mich Montreal. Ich gebe ja noch ein bisschen mit mir wie möglich ist, Ich gebe mich das weiter, wx. Ein colossal coolerer Osterling, deswegenoireel Hotel. Wir machen das устрой, Wie y tried man eríre solche pläflager đây? Paekrechen 2 Tage correct. Vielen Dank. Vielen Dank. Du Rina, bist du jetzt sehr enttäuscht oder kann ich dich trösten, soll ich dich trösten? Nein, ist schon okay. Ich finde es ja mit dem ersten Satz ein gutes Spiel gehabt. Warte, 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 lege ich Ihnen sehr dazu, ja? Ja, es war echt ein sehr gutes Spiel. Und ja, im zweiten Satz ist es leider nicht ganz so gut gelaufen wie im ersten und die Russinnen haben sehr, sehr stark serviert. Und das hat sich halt ziemlich aus ihrem Konzept rausgebracht. Und ja, leider hat es nicht ganz gereicht. Wir werden schauen, wie weit die Russinnen danach kommen. Aber es sind wirklich Top-Top-Spielerinnen. Und neunter Platz ist finde ich ganz okay. Und ja, ich finde sie können trotzdem stolz darauf sein. Zusammengespielter, ohne Blockerin. Und sie echt gut bewiesen gegen, im ersten Satz, gegen das russische Top-Team. Also ja, trotzdem gratuliere an die Mädels. Und viel Glück an die össerischen Boys. Darin, ich kann mich da überall anschließen. Jetzt ist es folgendes. Italien gegen Bulgarien in Kürze hier auf Court Nummer 1. Im Anschluss dann bitte. 14.50 Uhr, liebe österreichische Fans. 14.50 Uhr. Das Viertelfinalspiel von Lorenz Leitner und Lorenz Grössi gegen die Slowenen Wozniak Braco. 14.50 Uhr. Wenn ihr dann nachher noch ein österreichisches Spiel sehen wollt, müsst ihr um 14.50 Uhr einschalten, die Daumen drücken. Das ist das letzte österreichische Team. War von vorhin klar, dass das das Team sein könnte aus österreichischer Sicht mit den größten Schürfqualitäten nach Edelmetall. Genau, ja. Und wenn sie dann um 14.50 Uhr gewinnen sollten, um 18 Uhr dann das Viertelfinale. Um den Einzug ins Semifinale. Gut. Mädels sind leider alle draußen, haben sich aber tapfer geschlagen, wie ich finde. Manuela Rabic und Anja Dreilowitsch haben das großartig gemacht. Jetzt auch im Verkurzen Ronja Klinger und eben Julia Mitter. Können sich gar nichts vorwerfen. Finde ich auch vom Typ her Top Team. Ich hoffe auch, dass sich die Julia Mitter irgendwann einmal entscheidet, geht's am Beach oder in der Halle. Beides ist schwierig. Stimmt. Aber schauen wir mal. Wir gehen einmal ganz kurz raus, lassen euch bei Italien und Bulgarien alleine. Ja und von dir, soll ich mich da verabschieden oder kommst du nochmal? Ja, ich glaube schon verabschieden. Aber ich wünsche allen Fans viel viel Spaß beim Zuschauen und ich glaube die österreichischen Bursche haben wirklich eine gute Chance, dass sie morgen noch dabei sind, wenn sie auf ihrem Top-Niveau spielen. Also bitte auf jeden Fall anfangen weiterhin. Ja voll, danke dir. Ich befürchte, wenn die Frau jetzt geht, ist die Sonne weg. Ja, sorry. Was wird noch gemacht? Darf ich dich fragen? Was machst du am Wochenende noch? Ich habe heute sogar noch ein Training. Oh, mit der Ronja oder wie? Nein, nein, es ist kein Balltraining, es ist nur Athletik-Einheit. Aber das werde ich jetzt am späteren Nachmittag machen. Also wenn die Klinger mal einen Tag keine Bewegung haben, dann werden sie unruhend. Ja, aber echt. Das ist unglaublich. Aber echt. Ja und Sonntag einfach ein bisschen backen. Wir fliegen am Dienstagfrüh schon wieder los zum nächsten Turnier. Sochi oder wie? Nein, nein, wir fliegen jetzt nach Bulgarien. Sofja. Sofja. Ich würde dich jetzt gerne abpuzzeln und einen Handkuss machen wir in Corona-Zeiten nicht. Das ist ein Double-Fist, meine Liebe. Danke, danke. Für ich danke. Tschüssi, Baba. Danke, Dorina, Baba. Ja, was für eine sympathische Co-Moderatorin. So, in Kürze heißt es Italien gegen Bulgarien. Hier auf Chord Nummer eins. Chord Nummer uno. Und dabei wünsche ich allen unseren Zusehern viel Spaß in den Pausen. Nicht wundern, schalten wir immer die Musik ein bisschen leise, damit ihr nicht mitgehören kann. Dann schalten wir wieder laut und dann heißt es wieder Bühne frei. Hier im Grün, Bulgarien gegen Blau, Italien. Die Milch kommt, wenn man die Musik ein bisschen leise, damit ihr seid. Und dann geht es nur ... Nein, nicht. Die Willen, die Musik ist ... Ir. Nein, nicht. Vielen Dank. 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 hier? Ja, wird man am liebsten selber am Kort stehen. Auf jeden Fall. Ja, schau mal, vielleicht geht es uns ja heute noch aus nach den ganzen Matches, dass wir noch ein paar Ballwechsel spielen können selbst. Ja, das ist sicher lustig. Die Lust ist da. So, jetzt konzentrieren wir uns mal auf das Match. 6 zu 5 hier für Italien. Ja, voll. Gutes Service. Ja, weiter hinten aufgespielt, bisschen weit weg vom Netz, aber sehr gut gesehen. Sehr gut gelöst. Sehr viel Genauigkeit. Ja, super Line-Shot. Ah, sehr genau. Sehr gut gesehen. Am Block vorbei. Schade, schade. Für wen haltest du da jetzt bei dem Spiel? Ah, ist schwer. Wir sind jetzt beim 3 zu 3. Es ist sehr ausgeglichen. Ich enthalte mich noch ein bisschen und schaue noch ein bisschen in den Verlauf des Spiels zu. Hast du schon Favoriten? Du, mir sind ehrlich gesagt beide nicht so ganz aufgefallen im Zuge des Turniers. Also mal schauen, was sich ergibt und Unterstützung auf beiden Seiten, würde ich mal sagen. Schauen wir uns mal an, in der Mitte des Satzes und dann können wir nochmal unsere Tipps abgeben. Genau. Die Anfangspartie, also der Anfang des ersten Satzes ist eh meistens noch ziemlich ausgeglichen. Aber schöne Blockarbeit von der italienischen Nummer 2. werden wir gleich schauen, ob wir hier irgendwo die Namen dieser Spieler finden. Starker Blocker war ein guter D-Punkt. Ah, schade. Mir ist nicht gleich hier abrufbereit, aber werden wir sich auf jeden Fall informieren für den zweiten Satz und konzentrieren sich jetzt hier mal auf das Match, dass wir nicht da so abläsend sind. 9 zu 9 hier. Es schafft kein Team, sich hier wirklich abzuheben. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ziemlich eine Side-Out-Partie zur Zeit. Also jeder probiert dann, das Side-Out zu machen. Schafft dann aber nicht. Den Punkt beim eigenen Service. Ah, doch jetzt. 9 zu 9. So, hier haben wir jetzt herausgefunden, die Namen dieser zwei Teams. Und zwar ist es die Italiener mit Gesetz auf Nummer 4, die Nummer 1, Dall Corso und die Nummer 2, Machetto. Ganz so zufällig Italienisch. Habe ich das richtig ausgesprochen? Keine Ahnung. Vermuten wir mal, dass es so ausgesprochen wird. Kommt zwar aus Kärnten, aber leider kann ich kein Italienisch. So, und das andere Team wollen wir natürlich auch nicht enthalten. Die Nummer 28 gesetzt. Mehr an Sitzky. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Verzeiht mir, wenn ich das an Fehler habe. Und der zweite Name, glaube ich, etwas leichter. Vasilev mit der Nummer 2. So, jetzt ins Technical Time Out. So, ich sehe hier, die italienische Trainerin hier sehr energisch mit den Zweinamen sprechen. Ja, wir haben ja auch einen Punkt aufzuholen, aber sehr ausgeglichen bisher noch. Bei den Bulgaren drüben schaut das ja ein bisschen ruhiger aus. Bisschen entspannter. Ich meine, sie sind auch mit einem Punkt vorne. Ja, stimmt. Aber ich glaube, die Coaches werden schon wissen, wie sie am besten ihre Teams aufbauen. Natürlich. Ui, stark ist da. Das ist gut anserviert. Ja, gut noch gesetzt für diese Annahme. Ah, gut gesehen. Und da ist er nicht mehr dazukommen. 11 zu 11. Starker Service in die Mitte. Aber auch gute Annahme. Ja, gut abgesprochen, das Team. Kann man nichts sagen. Und guter Abschluss. Von allen Seiten gut gemacht. Kann man es unterschreiben. Das Ganze scheint eine sehr spannende Partie zu werden. Jetzt wird es auch immer enger. Jetzt geht es ja schon um das Ausscheiden hier. Ich glaube, jetzt legen die alle noch einmal ein paar Prozent obendrauf. Und wenn sie schon 100 Prozent geben, dann gehen sie halt beim nächsten Schlag 110. Genau. Sehr schön. Gut gesehen, vorher hat er sogar noch rüber geschaut, wo er frei ist und sehr gut mit dem Cut gelöst. Das ist wirklich cool, wenn man da so hautnah dabei ist, dann sieht man so richtig alle Bewegungen und alle kleinen Blicke, die die Spieler dann auch vorm Angriff machen. Das stimmt allerdings sehr gut hier zu sehen von der Seite. Deswegen können wir auch immer so schlau reden. Das ist ganz anders als bei anderen Turnieren, wo man nur von der Ferne zuschauen kann aus den Zuschauerrängen. Sehr gut gemacht mit dem Line-Shot. Alles perfekt hier. Schönes Wetter, gutes Match. Das Einzige, was uns hier noch fehlen, wären die Fans für die Stimmung. Wie Spieler, die da zuschauen, sollten da etwas Stimmung machen. Ja, genau. So wie die österreichischen Betreuer. Die waren da voll dabei, wie wir gesehen haben bei der Österreicher. Oder gehört haben besser gesagt. Gehört, ja. Bei manchen spielen mehr, bei manchen weniger. Je besser das Wetter, desto lauter die Fans, könnte man fast sagen. Stimmt allerdings, ja. Das hast du gut beobachtet. Seitenwechsel. Da am Center Court von Baden. So, weiterhin wieder Ausgleich. 14 zu 14. War sehr gut am Block vorbei. Der war eigentlich sehr hoch. Sehr knapp. Ah, der war im Out. Der war ganz knapp im Out, ja. Aber Zentimeterarbeiter. Ja, da hast du anscheinend die besseren Augen als ich. Der war auch im Out. Bisschen zu viel Kraft am Service. 15 zu 15. Es ist echt ungewöhnlich hier bei diesem U22 Turnier. Wie man gesehen, man konnte immer ein Team meistens abheben, aber das andere dann wieder nachgezogen. Aber so ausgeglichen. Und vor allem von Anfang an, da hat sich noch kein Team, kein einziges Mal irgendwie mehr als drei Punkte abgehoben. Biss Sicherheit. Sehr genaue Shots. Viel Sicherheit im eigenen Spiel. Wenig harte Angriffe kommt mir vor. Also wenig, wo sie wirklich komplett durchziehen und mit Gewalt auf die Kugel gehen. Ja, wie man sieht, genauigkeit und Sicherheit ist doch halt das Um und Auf beim Volleyball. Das stimmt. Vor allem beim Beachvolleyball. Also in der Halle ist es noch anders, aber am Beach bist du gut dabei, wenn du da gutes Händchen hast. Das stimmt. So, jetzt haben wir mal eine Zwei-Punkte-Führung hier für Italien. Ein Wahnsinn. Wie die Bulkan jetzt an der... Da hat er es ausgepackt. Dein Rückwärts-Pretcher hinüber. Alles korrekt, technisch korrekt. Der erste wirkliche Angriff, an den ich mich jetzt herinnern kann. Ja, gut vom Block gestanden. Ja, stimmt. Der Block ist sehr gut gestanden, hat anscheinend ein bisschen angeschlagen, sonst glaube ich hätte der Block den gefressen. Ja, genau. Es ist auf die Fingerspitzen gegangen. Muss man auch sagen, die italienischen Spieler sind sehr große Spieler im Vergleich zu den Bulgaren. Ja, stimmt. Schaut man hier etwas klein aus. Boah, starker Block des Bulgaren. Sehr stark. Also wenn wir über die Größe geredet haben, der war trotzdem... Ja, ich glaube, da wolltet ihr jetzt was hineindrücke. Ich glaube, der hat es gehört bis am Center Court. Da hast du dich gedacht, ich bin kleiner, aber kann trotzdem blocken. Ja, war wichtig aus Sicht der Bulgaren. Jetzt wieder Ausgleich 18 zu 18. Das wird ein spannendes Spiel werden, glaube ich. Sehr entscheidend, wer den ersten Satz gewinnt. Wie wichtig ist es, glaubst du, dass wer den ersten Satz gewinnt für die Entscheidung des Spiels? Ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, vor allem, wenn man dann nicht so viel Druck im zweiten Match hat. Ich habe zwar gestern mit Phil gesprochen, der meinte, er schiebt das zur Seite und es ist vergessen im zweiten Satz. Aber ich glaube, hier bei den Jüngeren ist das doch noch irgendwo im Hinterkopf verankert und vielleicht dann der bisschen mehr Druck, wo die anderen ein bisschen lockerer spielen können. Es kann in die oder in die Richtung gehen. Also ich glaube aber, vor allem, wenn das Spiel so ausgeglichen ist, ist dann, wer den ersten Satz macht, doch entscheidend. Das stimmt. Brauchst du dich jetzt schon an einen Tipp abgeben? Keine Ahnung, es ist sehr ausgeglichen. Beide Teams sehr gut. Ich finde es sehr lustig bei der U22-WM, wie die Altersunterschiede von den ganzen Spielern sind. Vor allem auch das Ausschauen der ganzen Spieler. Du hast zum Teil, so wie da die Bulgaren, Spieler, die schon sehr erwachsen und sehr reif ausschauen und dann die nächsten Spieler, die noch richtig jung ausschauen. Das stimmt, das ist wirklich quer durch. Also wenn ich schätzen müsste, wäre ich, glaube ich, nicht gut dabei. Ja. Gut über den Block. Ein schönes Hinterkopf-Aufspiel. Der Block muss sich da natürlich bewegen, hat nicht seine ganze Höhe ausschöpfen können und Millimeter hinüber gelupft. 19,19. Können die Bulgaren jetzt den Sack zumachen? Boah, der sitzt genau im Ack, den haben wir hier perfekt gesehen. Satzball für Italien. Zweiten Ball, angetäuschtes Bulgaren, war vielleicht auch nicht ganz schlecht, um den Block zu verwirren. Das natürlich. Und auch um die Verteidigung hinten zu binden. Gutes Service in die Mitte. Ja, der Ball vom Netz abgefälscht ist sehr schwer, dann den Ball anzunehmen. Oh, den hat er noch, den hat er noch. Boah, boah, das war ein Wahnsinnspunkt. Ohne Blockbeile in der Verteidigung und dann mit so einem Schott hier auszuspielen. Wahnsinn. Respekt. Es ist auch spannend, dass zwei Männer, oder zwei Burschen, ein Burschenteam eine Frau als Coach hat. Ja, stimmt. Das sieht man auch selten. Aber ich glaube, die Dame hat die zwei Burschen fest im Griff. Das ist ziemlich sicher. So, schauen wir, ob es noch immer so gelassen ausschaut bei den Bulgaren. So wie in der Technical Time Out. Kannst du daraus erkennen? Ich glaube, du hast ein bisschen bessere Sicht dort nach hinten. Ja. Reden tun sie auf jeden Fall nicht viel. So, das werden wir gleich einmal schauen, ob wir es in der Kamera einfangen können. Dass ihr da auch mal ein bisschen eine Vorstellung darunter habt. So, hier sehen wir die Bulgaren. Ja, da sieht ein bisschen nach Urlaub aus, wenn ihr mich fragt. Ich glaube, die fragen sich gerade so, was essen wir heute am Abend? Aber ich glaube, das ist auch das Temperament der Italiener, dass sie da mit viel mehr Emotionen dabei sind. Und ich weiß nicht, wie die Bulgaren für ein Temperament haben. Ja, das stimmt allerdings, ja. Die Italiener sind ja sehr bekannt für ihr Temperament. So, weiter geht es hier in Satz 2. So, erster Service im zweiten Satz. Boah, sehr hoch, aber leider im Out der Ball. Fast über den Block geschlagen, wenn du mich fragst. Ja, hätte für mich auch von der Sicht so ausgesehen, aber kann natürlich auch falsch sein, wie uns der Bulgare schon bewiesen hat. Ja, stimmt. Und blocken kann er doch. Auch der im Out. Sehr fair, das Bulgaren. Das Glück wieder ausgedlichen auf beiden Seiten. Schauen wir mal, was der Italiener für Service macht. Float. Boah, sehr viele Händchen wieder genau neben dem Block gelegt. Natürlich sehr schwer als Blockspieler, wenn du so hoch oben bist, bis du dann nach unten kommst und den Ball noch erwischt. Ist der Ball, glaube ich, zweimal schneller als du. Das stimmt. Ah, starkes Service. Sehr gut in die Mitte. Hier ist auch ein leichter Wind zu verspüren. Ich glaube, das ist bei einem Float-Service natürlich dann auch sehr wichtig nochmal. Ah, der zweite Satz, das ist jetzt natürlich... Sehr starkes Service hat er. Mental. Und immer auf dem gleichen. Ja, mental sehr schwer, wenn man auch weiser. Das Service kommt wieder auf mich. Und das weißt du meistens auch als Spieler. Okay, jetzt habe ich zwei Annahmefehler gemacht, die sind jetzt sicher auf mir oben bleiben. Aber sehr gut gelöst jetzt wieder. Wie man sieht, er lasst sich nicht aus der Ruhe bringen. Das stimmt. Jetzt wieder zurück im Match. Mal sehen, ob sie die zwei Punkte Rückstand jetzt wieder gut machen. Unser Trainer hat uns teilweise in der Halle dann immer den Tipp gegeben, lächle den Gegner an, dann denkt er, dass du Spaß dabei hast. Und zeige ihm danach, dass du das Ganze besser machen kannst. Ja, ich glaube, das ist ein guter Tipp, da kann ich nur von mir aus gehen. Wenn ein Gegner mich angrinnt, bin ich auch nicht so fröhlich damit, muss ich sagen. Einfach keine Unsicherheit zeigen, keine Angst. Das Poker-Face aufsetzen. 5 zu 2 jetzt für die Bulgaren, 3 Punkte Führung. Natürlich bei eigenen Service jetzt ist, sei dort schauen wir uns für die Italiener. Aber ich glaube, die Bulgaren wollen den Satz jetzt unbedingt, die geben hier Vollgas. Schön über die Fingerspitzen gespielt. Ich glaube aber ganz wollen die Italiener den Satz auch nicht hergeben. Ja, das ist sicher. Die kämpfen auch darum, aber vielleicht jetzt ein bisschen zu locker mit dem ersten gewonnenen Satz schon im Rücken. Das stimmt, das ist das, wovon wir vorher geredet haben. Guter Block. Ja, sehr stark. Sehr stark. Seine Höhe ausgenutzt. Der größte Spieler hier am Feld, wie ich sehe. Das ist das, wovon wir vorher geredet haben. Entweder im ersten Satz, wenn du gewinnst, gibst du dir einen Busch und du spielst dann noch besser oder du nimmst es zu locker und die Gegner wollen es unbedingt. Ah, die haben jetzt nicht so sauber ausgeschaut. Ich verstehe ein bisschen jetzt die Aufregung der Italiener, aber... Mir hat er ein bisschen außerhalb der Linie ausgeschaut. Ja, aber nicht ganz in der Achse. Achse, danke. Mir ist das Wort gerade nicht eingefallen. Ja, aber Schiedsrichter bleibt aber seiner Meinung und es zählt. Ja, muss man als Schiedsrichter wahrscheinlich auch trotzdem, wenn man einmal was geziffen hat, weil sonst... Ja, und als Spieler einfach abschalten und nächsten Punkt, sowas darf dich nicht weiter beschäftigen. Ja, das stimmt. Schlechtes Aufspiel. Aber gut gelöst. Sehr guter Cut eigentlich, aber Verteidiger hat aufgepasst, der Vulkan. Da verstehe aber auch nicht, warum man nicht mit zwei Händen zum Block gesprungen ist, sondern mit einer dazugegriffen hat. Naja, Service bei den Bulgaren. 7 zu 4 Führungen. Wie der sehr starken Service. Ach, 8 zu 4 Führungen, jetzt baut sich die Führung hier aus. Das stimmt. Die Bulgaren wollen das mehr als mehr. Das stimmt. Die Italiener haben jetzt einen kleinen Hänger im Spiel. Bulgaren wahrscheinlich auch herausgefunden, wie man am besten auf die italienische Konkurrenz serviert. Ja, ich glaube, dass die Schwächen bisher kann oder vielleicht vom Coach die perfekten Tipps bekommen. Kurz auf den linken Spieler servieren. Ja, stimmt. Vielleicht nicht schlecht, wenn er gerade da mittlerechnet und auf einmal als Überraschung kann manchmal auch wirkvoll sein. Das stimmt. So, ich bin gespannt, was die Italiener hier jetzt taktisch machen wollen für die Aufholjagd. Ich glaube, der Satz ist auf jeden Fall noch nicht gegessen, da wird hier noch einiges passieren. Das glaube ich auch eventuell mit dem Service einen Schritt nach vorne, um auf die kurzen aufzupassen. Mal schauen. Jetzt hat er ihn besser, aber immer noch nicht perfekt. Boah, wieder Blockpunkt. Der war aber echt knapp aufgespielt, muss man dazu sagen. Sehr gut geblockt, aber Wahnsinn seine Höhe, wie er in der Luft steht und den Zug nach unten. Boah, ich glaube, der wäre auf drei Meter gekommen. Ja. Ja, wenn nicht mit dem Prügel, dann halt mit dem Gefühl von Schott. Das stimmt. Und so kann man den Block natürlich dann auch viel besser ausspielen. Ich glaube, entscheidend wird jetzt da dann sein, wer den Punkt zur Auszeit macht quasi. Ja, das stimmt. Wie man in der Auszeit geht, ist dann auch immer sehr, sehr wichtig für den Kopf. Ja. Sehr gut angenommen, er war stark in der Mitte serviert. Boah. Ja. Der erkannt das auch, wie man sieht. Ah, gehobener Ball, ja. Die Linie vom Schiedsrichter habe ich auch noch nicht ganz verstanden, wie streng erpfeift. Ja, ich habe auch gesehen, hier zwei, drei Punkte, ein bisschen strenger, dann manchmal wieder ein bisschen das Auge zugedrückt, wenn du mich fragst. Und jetzt noch vier Bälle bis zur Auszeit bei einem Minutatur, ja. Ja, sehr gut mitgerechnet. Mal schauen, was ich die vier Punkte holen kann. Boah, den berührt er noch am Block. Und der ist im Out. Ja, nicht mehr berührt. Führung verkleinert zur Bulgarien, 7 zu 11. Bogotram muss hinüber, der Ball. Boah. Ah, der lebt noch, der lebt noch nah. Ist schon. Gehoben. Wahnsinn. Ah, gehoben war das vom Schiedsrichter. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich bin hier so überrascht von diesem bulgarischen Spieler. Also, ich muss sagen, beide italienischen Spieler schauen von hier aus größer aus, als der von Bulgarien. Aber, boah, die Blocks, was der da schon rausgeholt hat. Boah, stark gerettet. Ich glaube, die Bulgaren unterschätzt man im ersten Moment, weil sie nicht so groß und nicht so furchteinflößend wirken. Aber trotzdem sehr stark und ein sehr gutes Handgelenk haben. Sehr starkes Service auch. Gute Übersicht. Man kann immer sehr gut erkennen, wie der Bulgare vorher hinübersicht. Ja. So. Auszeit bei 13,7. 13,8. Ja. Ich glaube, wir müssen sie noch ein bisschen besser aufpassen, nächstes Mal bei der Auszeit. Die haben sich ein bisschen die Wege gekreuzt, habe ich jetzt gesehen. Mhm. Aber ich glaube, es war nicht beabsichtigt. Aber deutliche Führung von fünf Punkten für Bulgarien, also... Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, in diesem Match ist das schon eine sehr gute Führung. Normalerweise haben wir gesehen, beim U22 kann alles passieren. Ja, voll. Aber... Nach diesem ersten Satz wird es schwer für die Italiener, dies noch aufzuholen. Aber weißt du, wann die Österreicher das nächste Mal spielen für die ganzen Zuschauer? Genau, eigentlich eine gute Frage. Können wir hier gleich ausnutzen in der... Also, so. Wir haben hier jetzt ein Italien gegen Bulgarien. Und gleich das nächste Match haben wir dann hier Slowenien gegen Österreich. Für Slowenen haben wir Bosniak, Bratschko oder Bratschko. Und für Österreich haben wir dann Leitner und Grösnik hier bei uns am Center Court. Bin ich gespannt. Glaubst du, haben sie Chancen? Also, ich habe gehört, dass sie eine recht gute Zuteilung haben. Mhm. Reicht Glück beim Losen. Sie sind auch als Nummer 1 gesetzt und spielen gegen Slowakei. Siebenundzwanzig gesetzt da. Ich habe die Slowakei also noch nicht richtig spielen gesehen. Starker Angriff. Außerdem vertue ich mich ja hier. Was haben wir gelernt vorige Woche? In Beachvolleyball heißt es nicht Slowakei, sondern Slowakien. Das stimmt. Aber ich glaube, sie spielen gegen Slowenien, oder? Slowenien. Das stimmt ja. Danke, dass du mich hier ausmessest. Deswegen sitzen wir heute auch zu zweit und nicht alleine. Starke Defense noch. Und guter Abschluss. Sehr stark von Italien. Um wieder aufs Spielfeld zurückzukommen. 10 zu 13. Das hat sich jetzt ein bisschen verkürzt. Das kann ja doch nochmal sehr spannend werden. Dann konzentrieren wir sich natürlich wieder auf das Match. Was sagst du? Du sehen wir einen Satz 3 oder dreht das Italien? Mittlerweile können wir sich glaube ich nicht mehr rausreden. Jetzt müssen wir schon einen Tipp abgeben. Die Vulkane kämpfen wirklich stark, aber ich glaube an Italien. Ich glaube, die werden nochmal Gas geben, die Burschen. Und wir gehen hier in den dritten Satz. Was sagst du, Anna? Schließt du dich mehr an? Du glaubst, ihr geht in einen dritten Satz und Italien verliert den? Ich glaube. So ein Match. Italien wird das noch holen. Ja, dann haben wir aber nur zwei Sätze. Kein dritter Satz. Stimmt, stimmt. Zum Glück bist du an meiner Seite. Meine kleine Hirnunterstützung. Der Tag ist schon lang. Das Wochenende auch vor allem. Ihr seid ja schon seit zwei Wochen da. Ja, wir sind schon die zweite Woche da. Vorige Woche den Continental Cup gehabt. Jetzt kommt ja auch überraschend die Sonne hinaus. Das sind wir auch nicht gewohnt. Aber deswegen habe ich dich auch hier als Unterstützung. Das stimmt. Dass wir hier keine Fehlinformationen weitergeben. Macht mir aber sehr Spaß an deiner Seite. Ja, freut mich, freut mich. Ja, freut mich, freut mich. So, jetzt geht's weiter. Das Timeout ist vorbei. Und wir sehen die Nummer 1 der Italiener beim Service. Jetzt hast du eigentlich gar nichts gesagt wegen Ihren Tipp. Du hast nämlich zwar ausgebessert, dass wenn Italien gewinnt, wir keinen dritten Satz mehr sehen. Aber was sagst du? Ich bin noch am überlegen. Ich glaube, wenn Bulgarien den Satz holt, gehört das Spiel Bulgarien. Aber ich glaube, die Italiener darf man noch nicht abschreiben. Ja, ich glaube, das ist eine gute Einschätzung. Ich glaube, zwar trotzdem an Italien. Aber wie du sagst, ich glaube, wenn die Bulga an diesen Satz machen, boah, schaut das im dritten Satz sehr gut auch für sie aus. Wahnsinn, was die Verteidigungsspieler teilweise zeigen. Flink da hinten. Aber zwei Punkte Rückstand sind schnell geholt. Das Spiel kann man noch schnell drehen. Ja, wie man sieht, hat sie einen Fünf-Punkte-Rückstand. Ist das richtig? Ich fässere mich aus, wenn es nicht so ist. Und das haben sie jetzt eh ziemlich gut verkürzt. Das stimmt. Ja, fünf Punkte waren sie beim Technical Diamond hinten. Der Block muss hinüber. Boah. Der war übergriff. Ja. Ja, übergriff, ja. Gut erkannt. Da darf er nicht so weit drüber gehen. So, und jetzt, uh, schöner Block, schöner Block. Der war zu finster für den Bulgan. Schau, und so schnell ist es vorbei, jetzt steht es 14.14. Ja, und schon haben wir den Ausgleich, ja. Und jetzt auch in der entscheidenden Phase des Spiels. Sehr wichtig auf jeden Fall, ja. Ich glaube die Italiener merken, dass er sich hinter ihnen stehe. Wieder mit dem gefühlvollen Line-Shot. Der Verteidiger wollte schon in die Diagonale ein bisschen gehen, deswegen sehr schwer noch einen Richtungswechsel zu machen und dann auf die Linie zu kommen. Das stimmt. Vor allem wenn der Block jetzt nicht mega hoch ist, kann man super über den Block shotten. Das hat er natürlich mit seiner Größe ausgenutzt. Die Italiener bleibt hier im Netz hängen. Schade, jetzt wieder bloß eins für Bulgarien. Und schöner Angriff. Sehr harter Leinschlag hier. Weil du vorher gesagt hast, die Italiener wollen es nicht so ganz. Jetzt sind sie glaube ich wieder aufgebracht und jetzt wollen sie es. Ja, wie gesagt, ich glaube die fühlen das, dass ich ihnen jetzt den Rücken stärke. 16 beide, wir sind da im Live-Score ein bisschen hinten nach. Ja genau, 16 zu 16 steht es hier. Beziehungsweise 17 zu 16 für Bulgarien. Wahrscheinlich nur kurze Verbindungsprobleme, wird sich gleich wieder beheben das Problem. Wir halten die Zuschauer zu Hause so am laufenden. Genau. In der Zwischenzeit. Hauptsache man kann das Match sehen, das ist mal das Wichtigste. Das stimmt. Dabei wieder ein mächtiger Schlag des Pulgan. Zur plus zwei Führung. Sogar noch vom kleineren Verteidigungsspieler. Der hat eine Sprungkraft, das ist ein Wahnsinn. Das stimmt. Und der nächste gute Angriff. Jetzt kommt ein bisschen mehr Druck auf den Ball. Jetzt wollen es wirklich beide ziemlich. Ja, wieder hier sehr knappes Rennen jetzt dann gegen Ende des Satzes. 18 zu 17 hier. Aus Sicht der Bulgan. Und Service bei Italien. Schafft Italien den Aufgleich? Bei eigenem Service sehr schwer, aber wir werden sehen. Guter Service, aber auch gute Annahme. Aufspiel leider im Rücken ein bisschen. Und den hat er jetzt den Ausgleich. Sehr gut bei eigenem Service. 18 zu 18. Das ist immer wichtig, dass man nicht nur die Side-Out Punkte macht, sondern auch bei eigenem Service punkten kann. Da gebe ich dir vollkommen recht. Starker Service. Pup setzt den noch sehr gut für diese Annahme. Vor allem bei solchen Teams, weil die machen anscheinend sehr wenig Eigenfehler. Zumindest sind mir noch nicht viel Eigenfehler aufgefallen. Genau. Wahnsinn wieder des Verteidigungsspielers. Schöner Abschluss. Da müssen wir auch mal applaudieren. Wahnsinn hier. Super Ballwechsel. Ja, aber ich glaube es haben wir vorher eben schon besprochen eben, dass hier sehr viel Sicherheit und sehr viel Genauigkeit drinnen ist. Das stimmt. Und ich finde, das ist das Um und Auf im Volleyball. Die beiden Jungs, also die beiden Teams sind eigentlich alle vier Jungs eigentlich. Verdient da. So, das war jetzt wieder der Service. Es bleibt im Netz hängen, also Ausgleich 19 zu 19. Gleich spannend eigentlich wie der Satz zuvor. Also auch in dem Satz hat sich zwar Bulgaren mal kurz absetzen können, aber... Ja, gegen Ende des Satzes nochmal so eine spannende Rallye. Ich glaube mal, mich vorsichtig sagen zu trauen, der Satz endet vielleicht nicht bei 21 wie gewohnt. Mal schauen. Noch ist die Möglichkeit da. Aber schön da und jetzt... Oh, der war genau auf der Linie oder hast du es ein bisschen besser gesehen? Genau auf der Linie, ja. Super Rainbow Shot. Matchballmöglichkeit für Italien. Wir sind gespannt. Glaubst du machen sie das? Boah, ich glaube natürlich an Italien, also ich hoffe es. Boah! Und der macht das aus mit so einem Block, ja. Beide Sätze 19, 21. Wahnsinn, der hat vorher den Satz auch schon so gut, wenn er einen so guten Punkt beendet. Wahnsinn, super Match, was wir hier geboten kriegen haben. Also ich glaube, wir hätten jetzt kein besseres Match zu moderieren bekommen können. Das stimmt. Das gemeine ist ja beim Volleyball immer, auch wenn es jetzt 2-0 steht. Das war ein mega ausgeglichenes Match und auf die Punkte schaut dann keiner mehr. Das stimmt, allerdings dann sieht man 2-0 und denkt sich, ja klar überlegen, aber man scheint dann das Match nicht mitverfolgt. So, wir sagen auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen hier. Als nächster wieder fett die Daumen drücken. Wir haben dann Slowenien gegen Österreich und für Österreich haben wir Leitner und Grössig. Wir haben hier jetzt noch eine kurze Pause, um 14.50 Uhr geht es weiter. Dann wieder alle brav vorm Computer oder Fernseher oder wo auch immer sitzen und fest die Daumen drücken für Österreich, dass wir sie hier morgen auch nochmal sehen. Ich sage jetzt auch kurz noch... So, hier, dass wir uns auch mal sehen. So, wir wollen ein kleines Hallo sagen. Wir sagen auf jeden Fall Danke fürs Zuschauen. Anna, von dir vielleicht noch möchtest du wen grüßen? Vielleicht noch ein paar abschließende Worte von dir. Du, ich glaube, ich grüße eigentlich alle Volleyball-Fans, sowohl in Österreich als auch überall sonst, wo auch immer die Zuschauer sitzen. Und ich möchte mich bedanken bei dir, dass ich da jetzt mit dir das moderieren habe dürfen. Und die werden da zurückgehen zum Live-Zickern, weil wenn sie auf die anderen Chords zu Hause schalten, da bin dann ich mit meinen zwei Kollegen und wir machen da den Live-Score. Wenn die Anna beim Live-Chord sitzt, dann haben wir nicht solche Probleme wie extra, dass es bei 14.14 hängen bleibt. So, ich danke für deine Unterstützung und wir sehen uns in Kürze wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss! 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 Vielen Dank. 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 Und auf diesem Weg möchte ich Sie gerne begleiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Gut gut. Also ein super Start von den beiden. wieder mit dem... vor allem... da hat er sich in Wien... unfassbar... auch schon gesagt... und... ... Einer der... jetzt ist es... ... und... Die Lösung vom Lawrence-Grössig ist eigentlich noch sehr gut, knapp im Out, leider ein bisschen auf Ja, ja, Beachvolleyball, das sind solche Zweck-In, was passiert schon mal? Solche Punkte nehmen wir mit, solche Punkte nehmen wir mit, das ist wichtig. So, 10 beide. Und jetzt gehen wir an den Lawrence. Hol dann einen Block, wichtig. Na ja, na gut. Na auf der Seite mit Heli Vogenberger, ein sehr erfahrener Mann, gerade im Trainerteam. Es ist mir eine große Ehre, ihn kennenzulernen hier in Baden. Schon nette Gespräche mit ihm geführt, gut ausgetauscht, kann ich ihm sicher noch wertvolle Tipps fürs Trainer-Dasein holen. Du musst mir jetzt nur ganz kurz helfen, wer hat den 11. Punkt bekommen? Slovenia. Dankeschön, weil ich wurde da jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, jetzt geht's wieder. Oh, nur einen bitte. Jawohl. Ich glaube, es ist wieder verbunden draußen, das ist ein bisschen eigenartig, unser Score-System ist da ein bisschen... Aber mit so vielen Knöpfen, da muss man sich mal auskennen. Ja, so viele sind es jetzt nicht. Ja, so viele sind es jetzt nicht. Eins und ja, so willst du einen Satz nicht starten. Übrigens, die Namen der beiden Slowenien, wo sind unsere Manieren, haben wir euch noch gar nicht gesagt. Und zwar haben wir hier die Slowenen. Welche Platzierungsnummer haben sie vom Ranking her? Ach, das kann nicht sein. So weit unten, da habe ich mich jetzt... Ah, da, doch! Rog, Braco und Gritmir, Bosniak. Guter Ball. Wieder gute Übersicht, Laurens-Grössig. Ja, dann haben wir vielleicht ein bisschen schnell, hat er noch gut gelöst, Laurens-Leitner. Und wieder mit viel Übersicht, das gefällt mir sehr, sehr gut. Beweist er schon die letzten zwei Tage, dass er gute Lösungen findet im Angriff. Gut, ruhiger Aufbau. Holen wir uns das Break zurück. So, die Möglichkeit jetzt wieder mal hier in Führung zu gehen. Ein Bump, yes! Super Ballwechsel! Bravo! Spitzen Ballwechsel! Die Sonne kommt auch zurück. Wir sind ready für einen geilen Fight hier. Jetzt hat er gleich einen drauf. Den könnte er haben. Oh, egal. Ja, gut. Mutig, mutig. Mann, 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 Mann. Schade. Echt jetzt, den möchte ich aber gern noch einmal sehen. Den schauen wir uns komplett noch einmal an. Also, viel war es nicht. Der hat ein paar draußen. Oh, boah, aber ganz knapp. Ein bisschen Glück hat er dann noch die Linie angekratzt. Leider hat er kein Glück. Oh, der ist wieder weg. Ah, also, ich mach mal... Sorry, dass ich da jetzt den Mieser Petrus spiele, aber ich mach mal ein bisschen Sorgen um das Setting von Lawrence Leitner. Der kommt schon rein. Ein bisschen rein. Mir wäre wichtiger, dass der Lawrence Leitner wieder in seinen Sprungservice hineinfindet. Dass er seinen Arm schön schwingen lasst. Und gut. Gut die Bälle platziert, weil das kann er. Da bringt er den Gegner sehr oft im Bedrängnis. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Oh, der ist schön. Jetzt nicht den Mut verlieren. Gerade jetzt in der Crunch Time. Aktiv arbeiten. Ich sag's dir, ich mach mir Sorgen um das Aufbauspiel von Lawrence Leitner. So, aber jetzt gehen wir da raus. Konzentrieren uns mal auf andere Sachen. Und fragen mal den Coach des österreichischen Teams. Auch einer von den Coaches. Was machen wir da? Ja, also, ich denke, dass das gerade jetzt beim letzten Ball, das schon begonnen hat, mit einer schleißigen Annahme. Das Service ist jetzt nicht so druckvoll. Eher auf den Mann. Vielleicht, dass wir die Annahme schon ein bisschen besser platzieren können. Weil die zwei Gehörer natürlich auch auf zweite Bälle drauf gehen. Dass wir so auch den Gegner ein bisschen unter Druck setzen. Wichtig ist die Beinarbeit natürlich in der Annahme. Gerade jetzt in der Crunch Time. Ja, natürlich ist die Drucksituation da. Du läufst einem Punkt hinterher. Aber da musst du halt aktiv arbeiten. Gerade die Beinarbeit extrem wichtig bei den jungen Männern. Bei den Burschen da. Im Ballett. Bei den Laurenzen hier. Laurenzianer. So, auf geht's. Also, ein kleiner Punch da brauchen die zwei Jungs. Auf geht's. Ein bisschen schnell. Gutes Set wegen. Jawohl. Das ist tatsächlich eine sehr gute Antwort. Wie es Hele Vogenberger sagt. Sehr gute Antwort. Auf geht's Laurenzleitner. Gehen wir Karl nach vorne an einen. Ganz wichtig. Das ist gut. Der Stich. Ah, der kommt da durch. Gibt's ja gar nichts. Aber alles noch im Soll. Aber wie gesagt, ich möchte da niemanden jetzt wo draufsteigen. Aber findest du, die beiden Österreicher spielen schon das, was sie können? Also, ich mein, Götterschuss nur noch mehr. Mir kommt vor, sie sind noch ein bisschen gehemmt. Ganz frei noch nicht. Jetzt passt mir das Setting gut. Ja, ja. Siehst du, was da passiert, wenn das Setting passt? Das ist genau das, was ich mehr sehen will. Schönes Setting von... Laurenz auf Laurenz wäre natürlich Leitner auf Gorsig. Genau. Und dann schlägt der hier ab. Gut gespielt. Starkes Service. Gutes Service. Den hat er. So. Jetzt holen wir den Ausgleich. Gehen wir an, Laurenz. Herr Leitner macht's. Jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er wieder da. Sehr gut. Das ist es. Ich habe fast den Anschein, dass die K2-Situation bei Ihnen einen ruhigeren Aufbau hat als die K1-Situation. Vielleicht das direkt in der Annahmeverhalten, dass wir da ein bisschen ruhiger spielen. Wieder ein guter Service. Oh, guter Shot. Waschak. So. Der Ball. Der war richtig gut gespielt. Muss man... Neidvoll anerkennen. Oder neidlos. Wie nachdem, wie man sieht. Da war, glaube ich, nicht viel zu holen. Naja, jetzt kommt's drauf an. Jetzt sag ich, jetzt kommen die entscheidenden Punkte. Letzte Woche diskutiert mit Clemens Doppel und Sandy Huber. Auch das ist der. Wir sitzen da vier Meter in Verlängerung. Du siehst sofort, ob der Ball kommt oder nicht. Tatsächlich. Es ist unglaublich. Und tatsächlich ist es ja Windstill heute, gell? Ja. Das hatten wir die letzten Tage noch gar nicht. Es ist sowieso... Ich mag Regen, da kann man drüber diskutieren, aber Wind brauche ich gar nicht. Oh, der ist gut. Oh, der war gut. Ich glaube, das ist mir der dritte Rainbow, den er macht. Vielleicht, dass wir uns auf den ein bisschen einstellen, Jungs. Naja, aber nicht einfach. So. Ausgleich oder Satzball. Was haben wir jetzt? Setting ist da. Schön. Oh, der war genau der falsche. Den hat sich jetzt auf die Doppel-Dickunalle drauf reingefallen. Oh! Und dann lässt er hier einen Elfmeter aus. Schauen wir mal hin, Matthias. Schau, wo der runterzieht jetzt. Wasch! Und der sitzt dann nicht. Oh, den wollte er jetzt richtig frech machen. Ich glaube, da hat er jetzt ein bisschen überpastet. Der wollte ihn jetzt ganz frech setzen. So, jetzt erholt sich den ersten Satzball. Ausgeglichenes Match. Ja, der war schön. Den hat man auch früh schon gesehen, wohin der geht. Aber natürlich von außen tausendmal einfacher. Immer einfach. Jetzt Drucksituation. Lahrens, Lahrens. Mal schauen, wie sich das lösen. Die Jungs haben das Zeug dazu. Jetzt go. Wichtiger Punkt jetzt. Ja, der ist wichtig. So, jetzt wechseln sie. Hast du gesehen? Ja. Jetzt haben sie gewechselt. Haben sie nicht vorhin alles über Herrn Größe gespielt? Und jetzt beim Satzball spielen sie plötzlich über Herrn Leitner. Interessant. Ja, den lässt das kalt. Lahrens Leitner, den lässt das kalt und macht das gut. Wichtig ist jetzt nochmal fast. Spielen, spielen, spielen. Ah, der war schwierig. Kriegt den nicht mehr raus. Schade. Schade. Komm, 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 komm. Gut, gut noch. Boah, schön. Sehr, sehr stark. Doppelte Drucksituation. Zum einen Satzball abwehren, zum anderen die Annahme nicht optimal. Wie gesagt, die Bewegung in der Annahme ab und zu etwas schleißig. 21 beide, lieber Matthias. Wir sind eigentlich trotzdem noch sehr relaxed, weil wir so viel Urvertrauen in die Jungs haben. Das wirkt nur so, dass ich relaxed bin. Oh, ein bisschen Glück mit der Netzkante. Den hat er. Oh, nein, das geht so nicht. Das kann nicht gehen. Und warum? Natürlich hier in der Wiederholung. Da hat er ihn schön und der. Warum geht der jetzt zwei Meter nach hinten? Sag mir das. Drei Meter sind das im Endeffekt. Ich glaube, was er so ein bisschen glaubt hat, dass der Ball ins Netz geht. Wo er sich ein bisschen unsicher. Boah, super Service. Aber er geht noch. Gut noch geholt. Schön. Super. Mega Lösung von Herrn Größig. Der hat eine Dutch. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Er blickt dann noch einmal auf. Und da spielt er sehr trocken. Stark. Starker Ball. Wirklich gut. So, Ausgleich. 22 beide. Der schreckt. Nein, drauf. Schade, dass es da jetzt keine Challenge gibt. Was haben wir da? Schau mal hin. Da kommt der Service. Aber warum schaut er nicht nach? Da geht es um viel für beide Teams. Oh, der war draußen. Fuck. Sorry, dass ich das jetzt sage. Aber der war draußen. Und er schaut nicht nach. Erster Referee. Ich verstehe es nicht. Braucht er nur nachstellen, wie man einen Abdruck hier. Es geht mir am Nerv sowas. Abhacken. 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 Nein, das verstehe ich nicht. Seid mal bitte nicht böse. Aber das verstehe ich nicht. Die Linienrichterin sagt, er ist draußen. Der Schiedsrichter sagt nur, der ist drinnen. Und schaut nicht mal nach. Kann man ja runter gehen. Ach so. Warte, schauen wir noch einmal hin. So. Da kommt er jetzt noch einmal. Achtung, hingeschaut. War zu schnell. Fahren wir noch einmal zurück. Ich weiß natürlich jetzt. Der Schiedsrichter hat keine Lupe. Aber noch einmal. Der gibt bitte. Ja, das ist ärgerlich. Ja, und er schaut nicht nach. Die Linienrichterin hat eh die Hand gehoben. Also seien wir nicht böse, da werde ich grantig über solche Entscheidungen. Und Clemens Doppler hat letzte Woche auch gesagt, die brauchen nur runtergehen. Der braucht nur runtergehen und sich den Abdruck anschauen. Warum tut er das nicht? Er ist so ganz schön. Oben der erste Schiedsrichter und schaut, na, du warst sicher auch nicht da. Verstehe ich nicht. Das ist auch die Sache vielleicht, dass man hingeht zum Schiedsrichter. Ganz ehrlich, ich würde mich da jetzt genauso ärgern für die Slowenen. Da kriege ich so einen Hals. Wer ist denn der erste Schiedsrichter? Wichtig ist, dass Leitnergröße sich jetzt nicht davon beeindrucken lassen. Die müssen ihr Spiel weiter so spielen. Wer ist der erste Schiedsrichter? Muss ich gern wissen. Aus der Schweiz. Jossi Reyes. Na, verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber gut, jetzt zerbreche ich mich wieder. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Angefangen von der Annahme bis zum Abschluss ein sehr souveräner Spielaufbau. Das ist genau das, was ich sehen will. Bravo. Raffi, Satz 2. Ja, ja. Fokus wieder. Ja, ich weiß, aber sowas muss ich da jetzt ein bisschen rausbekommen. Weißt, ich meine, da geht es für junge Burschen und ein Referee schafft es nicht, da runter zu gehen. Braucht er nur runter gehen? Das ist ja zu faul. Ich weiß es nicht. Ärger mich. Ich möchte nicht, dass der Komfortzone raus. Er kann ja auch runter gehen und sagen, der war drauf. Das macht auch recht. Aber der muss ja hingehen. Das ist es. Sehr solide. Die zweiten Bälle auch mal aus der Annahme heraus wäre auch eine Möglichkeit. Natürlich vergessen, wieder drauf zu drücken. So. Jawohl. Wieder, Lorenz Krösik beweist so viel Übersicht. Das ist so stark. Jetzt auch beim Ausspiel vom Lorenz Leiter, sie kommen gut zurecht. Sind gut im Spiel und das Gute ist, dass sie eine unfassbar gute Körperspannung gerade zeigen. Sie haben Fokus behalten. Sie sind gut im Spiel drinnen. Gut, ruhig aufbau, ruhig aufbau. Stich in, stich in. Yes, das ist so gut. Bravo. Ich möchte übrigens, wenn ich kurz darf, an dieser Stelle einen Gruß an meinen Lieblingschef, Scout, den Pferdl richten. Mit dem natürlich haben wir die Taktikausarbeitung gemacht. Der schaut euch jetzt auch irgendwo in Bahnen zu. Danke auf jeden Fall für deine wertvollen Tipps. Und natürlich auch liebe Grüße an alle zu Hause, die mir gerade hier ein SMS schreiben und denen das taugt, dass ich da bin. Bei dir, Raphael. Ja, sehr gut. Ich möchte übrigens noch einmal sagen, wenn da jemand schreibt, ich mache Schiedschrichter-Bashing, ich mache überhaupt kein Schiedschrichter-Bashing. Ich sage nur, dass wenn ein Schiedsrichter da nicht runter geht und sich den Abdruck ansieht, dann finde ich das einfach nicht okay. Die Schiedsrichter machen einen super Job, aber das ist ein No-Go. Gut, ruhig, ganz ruhig spielen. Sehr gut. Boah, super. Respekt. Super Defense von den Slowenien. Wow. Also das war stark. Aber dann machen sie ihn doch noch. Sie spielen ihn trotzdem zu Ende, ja. Auch wenn es der zweite oder dritte Anlauf ist. Sie spielen trotzdem konsequent das Ding durch. Die Jungs sind und feiern das Taug macht. Wenn er erst mal verloren geht, sehr knapp. Sie lassen die Köpfe nicht hängen. Aber aktuell fällt mir auf, wenn es Slowenen viele Shots gibt, die zwar erfolgreich sind, aber die absolut verteidigbar wären. Abhaken. Nächster Ball wieder. Ja, ja. Es ist alles gut für mich beide. So ist es. Anfangsphase, Satz Nummer 2, alles noch drin. Gut, auch da merkt man die leichte Aggressivität. Die gehört auch dazu. Hat er jetzt, ähm... Weil der zweite Refill verlangt hat, dass er ein bisschen schneller sich bewegen soll zur Sonnenbrille. Eglest, eglest macht das nicht. Das glaube ich ja gar nicht. Der sympathische Schrittsrichter aus Lettland, der eigentlich da ziemlich easy ist. Tatsächlich eine gelbe Karte jetzt. Okay, also das... So, ich sag dir jetzt nichts mehr zu dir, Refs heute. Ich lass das jetzt. Lassen wir sie in Ruhe, oder? Ja. Wir machen ihr Ding, wir machen unser Ding. Leitner, grösstig, machen ihr Ding. Also, jetzt möchte ich noch sagen, dir ist das schon bewusst, dass das die U22-Abermeisterschaft ist, oder? Mhm. Okay. Wollte es noch einmal gesagt haben. Dass man da ein bisschen aufpassen sollte. Boah, gute Antwort. Das ist sehr stark. Das ist eine Answer, sag ich einmal. Sehr gut. Und jetzt... Ups. Da ist was falsch gelaufen, das werden wir so nicht machen. Yes. Bravo. Anderfrichtung zugemacht. Gut gegriffen, Lanzgräßig. Der Grinser rüber zum Gegner. Etwas provokant, aber gehört dazu. Schön drüber gegriffen, ganz spät. Doppeltikonale, Falle hat aufgeschnappt und ist zugegangen. Sehr gut. Sieben, Fünf. Bisschen zu viele für Selbstfehler. Das ist noch nicht. Also, wenn Lawrence Leibner letztes Jahr gesehen hat, wie der spielen kann. Unfassbarer Spieler. Da geht noch viel mehr. Richtig, richtig stark. Ja, ja, voll. Da geht noch viel mehr. Vielleicht hebt er sich das verspättern auf, wenn es wichtig wird. Ja, ja, gut gesehen. Wieder die Übersicht. Wieder die Übersicht. Bravo. Seitdem wir gewechselt, Side-Switch 8 zu 6. Jetzt bin ich gespannt, ob sie auf den Einser draufbleiben. Nachdem sie ihn gerade blockiert haben. Das ist stark. Das ist stark. Körperspannung in der Luft. Ja, bravo. Da kriegt man richtig Lust zum Spielen hier. Badehose an nachher, Training. Ja, ich bin neidig, dass du das noch hast. Ich habe nach acht Tagen Beachvolleyball jetzt nicht mehr so viel Lust, sagst du ganz ehrlich. Also auch selber spielen, sondern eher, schade vom Block It Out. Brauchst du Pause wieder? Nein, ich würde mir so gerne mal wieder in Ruhe da draußen auf einen Liegestuhl das Spiel anschauen. Das habe ich seit, ich glaube, 15 Jahren. Soll ich es weitermachen? Ich übernehme da weiter. Seit 15 Jahren gefühlt in Baden, möchte ich mir gerne einfach mal vier, fünf Spiele einfach im Liegestuhl anschauen und an nichts denken müssen. Wann ist das nächste Spiel? Habe ich alle Informationen? Ist es vorbereitet? Es ist... Also, ich glaube, ich gönne mir mal irgendwann einmal ein Jahr Pause in Baden. Gibt es mal davor die Einschulung bezüglich der Knöpfe? Es geht ja nicht nur mal ein Livestream, warum sind da Themen, die wir wieder dürfen. Nächstes Jahr hoffentlich am Center Court drüben im Schrammbad. Aber einfach einmal wieder Beachvolleyball ohne irgendeinen Gedanken anschauen. Das kann schon was. Und vor allem auch live. Ich meine, wir können ja den besten Livestream und die beste Übertragung der Welt machen. Das ist nicht das Gleiche. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das immer, wenn ich da jetzt reinschauen in mein Bild, dann setze ich da drüben im Liegestuhl. Das ist 1001. Findest du nicht? Das kann ich natürlich nachvollziehen. Also, live ist das ein ganz anderer Sport als wie im Fernsehen. Die Dynamik, die... Boah, die Action, der Abschlag, alles super gemacht. Ja, es ist schon ein sehr spektakulärer Sport. Also, die Athletik natürlich kommt da, tut das Fernsehen nicht so zur Geltung. Aber wenn man dann neben dem Chord sitzen oder stehen darf, ist es natürlich was anderes. Sieht man mal, wie hoch die springen können. Das beweist hier, Lorenz Leitner. Wieder Monsterblock. Bravo. Wieder diagonal reingegriffen. Sie sind gut drin, wie ich gesagt habe. Die Spannung passt. Das ist wichtig. Greifend, greifend, greifend. Und wieder. Netzbüro, Lorenz Leitner. Wirklich? Schade, aber der Einser schwimmt. Echt jetzt? Oder war das sogar der... Ah, jetzt vergriffen. Ach, schauen wir hin. Eben runterkommen. Schauen wir auf den Fuß vom Slowinen. Okay, aber es hat sich niemand aufgeregt. Ich glaube das schon. 12.09. Gut, wir haben die täglichen Mikkel-Timeout. Wir relaxen hier mal. Kommt vielleicht für die Österreicher nicht im richtigen Zeitpunkt, weil sich die Slowenen ein bisschen ins Ausruhen kann. Aber, was sagst du eigentlich? In drei Tagen so viele Spiele, da fehlt ein Tag, finde ich, oder? Wofür? Wie meinst du? Ja, mitwoch, dass man das ein bisschen... Also ich finde, erstens dieser 50 Minuten Raster sehr heavy. Und dann von 9 in der Früh bis 19 Uhr am Abend, das ist schon immer für alle Beteiligten, für die Spieler, Veranstalter, alle Mitarbeiter, die hier mitarbeiten, das ist schon heavy. Das ist ein wichtiger Trainer auch. Absolut, absolut. Aber ich glaube für die Spieler, muss ich ehrlich sagen, ist es noch am einfachsten. Die spielenden Ding haben davor Video-Besprechung, Taktik-Besprechung, spielen das Ding runter, gehen was essen, zum Physium massieren. Das heißt, vor allem hier in Baden ist einfach, das ist so professionell hergerichtet, alles für die Spielerinnen und Spieler. Ja, war schön. Oh, gut gelöst. Super gelöst von Lorenz Gorsig. Und dann belohnt er sich nicht. Ist das schade. Ich glaube, das ist tatsächlich der erste Block von Savinan. Schau hin. Da, zack, löst er sich ganz spät. Oh, er löst sich spät und wird dafür belohnt. Und dann... Doppeln sie die Diagonale. Oh, das ist so viel hinterher. Wichtig ist, wieder aus der Timeout wieder gut rauskommen und gleich die Spannung wieder kriegen. Das ist jetzt eine komische Partie, oder? Findest du nicht? Das ist irgendwie so... Es ist generell jede Partie komisch, ohne Zuschauer. Ah, die Schiedsrichter sind da... Sind sie schon wieder ein Thema. Sind sie schon wieder ein Thema. Das lässt den nicht putzen gehen, verstehe ich irgendwie auch nicht, weil ich meine, wenn die Predlerker beschlagen ist bei dem Verhältnis, ah, das muss er... Mal, Lorenz, das kannst du nicht machen. Das diskutierte eh schon mit dem Schiedsrichter, ist eh schon verwirrt und dann legst du das eins out. Das darfst du nicht. Bitte merke dir das in nächster Zeit als junger Spieler. Das sind Sachen, die man lernen muss, oder? Den lasse ich nicht leben. Den lasse ich da nicht leben. Jawohl, aber da wieder super gemacht. Aber noch einmal, das sind solche Sachen, die hätte ich früher, das habe ich von meinem Trainer gelernt. Gewisse Sachen tust du nicht. Da wird diskutiert, da ist er eh schon. Da will er irgendwie Zeit schinden. Das ist ein wenig auf der anderen Seite. Und dann lässt er ihn wieder raus. Darf er nicht. Gib ihm doch keine Luft mehr zum Atmen. Und noch einmal meine ich nicht respektlos gegenüber dem Verhältnis. Für die Frage, genau, genau. Ja, also herschenken willst du ja trotzdem nicht. Du willst ja keinen Einwurf produzieren. Da sind die Slowenen dann schon abgebrüllt genug, dass es dann für sie zu einfach ist. Du willst ja trotzdem druckvoll servieren. Und gerade den einen, der ein bisschen in der Annahme und in seinem Saat generell schwimmt. So wie hier auch wieder. Schlechte Bewegung von ihm. Du willst ja weiter unter Druck setzen. Nein, der Driftritt. Doch, Touch. Ich hätte den jetzt gar nicht gesehen. Also den hätte ich jetzt nicht gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Den hätte ich nicht gesehen. Schauen wir noch einmal zurück. Der war jetzt ein bisschen zu früh. Sieht man es da? Ja, der war glaube ich schon dran. Aber wenn dann gesehen, man aufgeregt hat sich niemand. Auch da, genau so ist es. Keiner hat sich aufgeregt. Das ist eine klare Geschichte. Du bist jetzt eigentlich als Trainer. Du musst ja hier jetzt beim unter 22 Bewerben, musst du ja die Auszeit nehmen. Das musst du machen. Müssen nicht. Doch, du musst es zeichnen. Sie schauen immer nur auf den Trainer. Kann noch immer. Okay, ich glaube, dass noch immer auch der... Nein, nein. Also du kannst schon jetzt sagen, du nimmst den Auszeit als Spieler. Aber geben muss das Signal der Trainer zum zweiten Referee. Okay. Ist mir das erst aufgefallen. Vielleicht war es auch noch Zufall, aber ich glaube schon. Ist aber auch schwierig. Ja, weil vielleicht hast du draußen als Trainer eine ganz andere Wahrnehmung als die Spieler am Feld und die Spieler hätten dann zu einem ganz anderen Zeitpunkt die Time-Ord genommen. Das habe ich auch schon beobachten können, dass manche Spielerinnen und Spieler nicht einverstanden waren, wenn der Trainer die Time-Ord genommen hat. Aber im Endeffekt sollte natürlich ein erfahrener Trainer immer wieder den richtigen Zeitpunkt finden für eine Time-Ord. Ich meine, U22 ja, aber sonst finde ich dann Trainer-Coaching weg beim Beachvolleyball. Das sehe ich tatsächlich genauso. Haut! Was? Weiterer Misshitzen. Sehr gut. Nein! Das finde ich jetzt aber langsam schade für die Slowenen, weil der hat einen super Angriff, schaut das an und dann setzt er ihn ins Auto wieder mal. Wie viel war es? Oh, der war knapp. Zehn Zentimeter. Der Block haben wir, wie wir gesehen haben, sehr, sehr gut. Schön in die Diagonale gegriffen. Jetzt passt's. Ich fand es nicht so schade, also nicht so patriotisch darf ich sein. Ja, ich will, ich will, ich sehe das auch immer sehr. Also ich vergönne es niemandem. Also ich finde, einen Ausschlag, den vergönne ich wirklich niemandem. 16, 12. Übrigens Seitenwechsel. Also ich finde, da bin ich für beide Team. Also ich will nicht, dass irgendwer Fehler macht. Ich sage immer, wenn ein Team eine super Defense-Aktion macht und dann den Punkt macht, großartig. Aber ich freue mich für kein Team der Welt, wenn er einen Ausschlag schlägt. Wirklich nicht. Also das mag ich überhaupt nicht. Weil Volleyball ist ja doch ein sehr fairer Sport. Ist es Gott sei Dank, ja. 16, 12. Wir gehen in die Crunch-Time. Schön. Perfekt platziert der Ball. Bravo. Aber die Taktik von den Sloweniern ist ganz spannend, oder? Sie servieren wieder das ganze Spiel lang auf Lorenz Grössig. Kaum kommt es in die entscheidende Phase, wechseln sie auf Lorenz Leitner. Er hat das wieder sehr Souveränes gemacht. Glück gehabt. Gut aufgepasst. Sehr gut aufgepasst. So, Jungs. Die letzten drei Bälle, konsequent fertig spielen. Gleich den Flo dann mitnehmen in den dritten Satz. Jawohl. Hast du gehört, Flo Weikert, er will dich mitnehmen in den dritten Satz? Als Außenangreifer. Aber auch wenn die Sloweniern eigentlich ein solides Spiel machen, ein sehr eigenartiger Satz für mich. Also die Österreicher haben solide gespielt, aber die Sloweniern haben die Pace bei weitem nicht mehr halten können von Satz Nummer 1. Und dieser Satz wird wohl an die Österreicher gehen. So, Anno ist da, obwohl eigentlich nicht seine Seite gewesen, weil da war die Mitte eigentlich, jawohl, macht er gut. Mutig, hoch drauf, hoch auf dem Block. Solides Setting von Lorenz Leitner, das kannst du jetzt loben, weil das war sehr gut. Ja, danke, 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 nein, Entschuldigung, vielleicht bin ich da so viel zu streng, ich weiß ja, ich bin da viel zu streng. Aber das sind solche Sachen, die mir auffallen und die ich dann, aber wenn das dann wieder besser macht, ist ja großartig. Aber noch einmal, ich möchte da wirklich niemanden auf die Füße steigen, Entschuldigung, wenn das so wäre. Sollte natürlich Standard sein, ein gutes Setting, gerade nach einer guten Annahme. Nein, weil ich von Lorenz einfach mehr erwarte, so ist es. Ich habe schon hohen Anspruch an den jungen Mann. Den sollst du auch durchaus haben, der hat viel, viel, viel Potenzial. Gut. Ja. Ja, da ist eine unfassbare Handlungshöhe. Lorenz Leiter beendet den Satz, 21.15. Wir gehen tatsächlich in einen. Alles entscheidend im dritten Satz. Und wenn man die Körpersprache von den Jungs anschaut, die sind on fire. Die wollen das unbedingt gewinnen. Ja, beide. Ich meine, ja, es ist, wer es nicht, wie ich sagen soll, aber es ist mir ein bisschen eingeschlafen jetzt im letzten Satz. Außer dem wir jetzt gesehen haben von den Slowenien, ist da ein bisschen, also die haben über Paced im ersten Satz, sage ich mal, also positiv, die haben wirklich super gespielt. Jetzt haben sie ein bisschen Körner lassen müssen und jetzt sind sie wieder im dritten Satz und müssen nicht schauen. Vor uns der Coin Toast. Aha, Lorenz Leiter darf sich entscheiden. Was hat er genommen? Hast du es gesehen? Ich weiß es leider tatsächlich nicht. Eglis, eglis. Slowenien ist am Service. Österreich hat sich entschieden für die Annahme, oder? Österreich hat sich die Rezeption im ersten Satz. Der dritte Satz, also das ist richtig. Austria, Rezeption, dritte Satz. Finde ich auch mental schon auch wichtig. Rekommendet by Eglis Taisovs, my old friend from Latvia. Wenn man gleich mit einem Side-Out wegstarten kann, ist das gegnerische Team immer ein bisschen in der Drucksituation. Wichtig ist, dass die Körperspannung weiterhin passt, das Zusammenspiel genauso weiterhin funktioniert wie im Satz Nummer 2 und das didaktische Vorgaben. So, 15 Punkte entscheiden über, komme ich ins Viertelfinale um 18 Uhr oder darf ich schon duschen gehen ins Ente Park? Nicht überpowern, mein Freund. Den kann er sich mal leisten. Nicht? Sagst du nicht? Nicht jetzt. Naja, gut, das war der erste Punkt. Also, der muss sitzen, dann ist alles gut. Ja, ja, schön. Aber das ist auch so eine Sache, wie du mit deinen Waffen umgehst und da bin ich auch voll bei dir. Mir kommt es ein bisschen vor, auch bei den Mädels. Ich bin ein riesiger Fan von Rabic Strelovic, weil die einfach Powergirls sind und hau nicht mehr drauf. Aber da haben sie mir heute beim ersten Spiel gegen die Nummer 2 aus Russland zu viel von der Variante, ich hau drauf. Im Gegensatz zur Halle ist Beachvolleyball, du kannst nicht nur auf Vollgas gehen, sondern du musst dieses Spektrum von, wie lege ich ihn schauen, ich spiele Intelligenz und das ist eine große Entwicklung, die du machen musst als junger Spieler zu den Profis hin, sag ich jetzt einmal. Absolut, jeder braucht so mehr im Repertoire als einen harten Diagonalschlag und einen guten Line-Shot. Da gehört natürlich mehr dazu, das Diagonals hier, lauensdäustig. Also müsstest du siehst, ich war ja auch einmal jung und da war es für uns mit dem Einschlagen zum Beispiel, war das immer Bodendecke. Tatsächlich wichtig, ein Punkt, bravo, sie sind wieder zurück. Da war immer mit dem Einschlagen Bodendecke das Ultimum, aber es hat uns nie was gebracht, wir haben dadurch kein Spiel gewonnen. Und meistens waren dann die Teams, die Bodendecke geschlagt haben, nicht diejenigen, die dann als Sieger auf den Platz gegangen sind. Ja. Und genauso sehe ich es bei der U22, die glauben dann immer, hey, ich kann denn jetzt den Line-Shot auf zwei Meter durchgehen, aber dann trifft er das Feld nicht, was hat er davon? Gar nichts. Oder ich kann mit 300 kmh angreifen, das ist ein bisschen übertrieben jetzt aber mit 100, aber wenn ich den Spielerinnen oder die Spielerinnen treffe, habe ich davon nichts, das meine ich damit. Absolut richtig, ja. Und das ist manchmal so ein bisschen, oh, schön gelöst, puh, der war stark, der war richtig gut. Respekt, mein Freund. Wir haken ihn ab, konzentrieren uns auf das nächste Side-Out, bin gespannt, ob sie weit in einem Lorenz-Grössig bleiben. Dann wieder am Schluss auf Lorenz-Leitner wechseln. Das ist wieder ein super Ball, der 100-Gefühl, das ist super. Und ein Spielwitz, klacht wieder rüber, Peter Kiesch, lautstärke Anführungsrufe, das taugt mir. Und jetzt stell dir vor, da 300, 400 Leute oder 1.500 Leute, die dazu jubeln. Das wäre natürlich ein bisschen ein Gänsehaut im Moment. Ich bin sowieso, weil du gerade sagst, Leute, die Reichweiten, die wir da haben auf unseren Facebook-Chem, ist ein Wahnsinn. Viel mehr als wir in der letzten Woche im Continental Cup. Das kennt man nämlich, bei den Nachwuchsbewerben sind da die ganzen Familien, Freunde, Verwandte, viel mehr dahinter. Das ist unglaublich. Siehe, Klinger, Klinger, die da, also Familie Klinger, die da vom Zaun lautstark anfeuern. Aber sein Service, sein Service will einfach nicht. Was hat der Junge letztes Jahr in Wohlfurt, wo ich ihn gesehen habe, zum allerersten Mal allein in Innsbruck damals noch. Dann in Wohlfurt und dann auch hier bei der Straschen Staatsmeisterschaft und beim FAB One Star letztes Jahr mit Mo Brüster. Das wird verteidigt, Möglichkeit zur Führung für Slowenien. Machen wir schnell und schön. Das war gut, muss man auch immer sagen. Das war ein schöner Punkt der Slowenien. Nützen das voll aus. Verteidigen hier und machen, das spielt dann schnell, über das Aufspiel der wird sich. Ich glaube, lieber Matthias, in den nächsten Jahren werden wir Sachen im Beachvolleyball erleben, die glauben wir jetzt noch alle nicht. Die Schweden zeigen es uns ja, was da schon los ist. Schweden machen das gut, ja. Sehr schön. Mutig wieder. Fünf beide Side-Switch. Na ja, als die Nerven bewahren, ruhig bleiben, wird schon noch. Ihr Dinge drunter spielen, das was sie können, die Sonne ausnutzen. Wie man sicher hat, der Lawrence kommt dann, wenn das Leiter kommt in den Service noch. Hier im dritten Satz, das werden noch entscheidende Punkte werden. Okay, sie gehen alles über die Nummer 1 der Rennen. Absolut richtig. Er macht das aber jetzt aktuell in der Phase des Spiels sehr, sehr gut. Es ist halt die Überlegung, ob er dann wieder den einen oder anderen einstreut auf die Nummer 2. Alles über, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, Gritomir Bozniak. Hat sich gut angehört, gell? So. Akzentfrei. Oh, super, tief ins Respekt. Also, jetzt muss ich hier mal ganz ehrlich sein. Rock, Braco, was für ein genialer Ball. Sorry. Aber das war großartig gespielt vom Slowenen. Bist du des Wahnsinns, war der gut. Wow, wow und nochmal wow. Ja, der war stark. Den nehmen wir mal so hin. Das können wir nicht mehr ändern. Der war gut. Jetzt macht das besser. Ja, ja, die Antwort. Völlig okay. Aber genau so musst du gleich die Antwort setzen. Mutig drauf, zeigen, wer der Chef ist hier. Und gleich das Projekt zurückholen. Und dran glauben. Wichtiges dran glauben. So, jetzt bitte bringen wir einen Service, Lorinz. Komm, sehr gut. Schau, ist es. Gutes Service. Schau dir. Ach, sechs, eine gibt es noch. Ein sieben, acht müssen wir jetzt hier machen, damit wir hier unbedingt mit einem Punkt Rückstand und nicht mit drei gleich hier in den Seitenwechsel oder über das andere Feld gehen. Und der Feld rein. Gut, gut, gut. Ich bin gespannt, ob die Nummer zwei eigentlich hier Didaktik dann noch bis in den Enden verändert und aktuell viele kurze Bälle, da spielt er quasi eine Drei-Meter-Partie. Ob der, weil der ist eigentlich ein Angreifer, viele harte Bälle, so haben wir es in der Wiederanlöse auch besprochen, dass der harte Diagonalschlag sein Favorit ist. Ich bin gespannt, ob er das noch zeigen wird hier im Laufe des Satzes. Die nächste Möglichkeit, Nummer zwei. Den hat er. Halb beim Shot. So, Ausgleich. Ist er drinnen? Jawohl. Ja, ist er. Schön. Bravo. Ähm, ich wollte jetzt gerade irgendwas sagen, mein Lieber, und jetzt ist er mir runtergefallen. Ich such's mal da unten. Yes. Das ist es. Bravo. Ja, 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 ja. Bravo. Ist auch ganz spannend, wenn man den Stemmschritt von zwei Jahren schaut. Sehr dynamisch. Vor allem, wenn er ordentlich rein stimmt, kommt sehr oft der harte Hit. Wenn er ein bisschen lasch ist, kommt der Shot. Schön. So wie hier. Wirklich gut. Die machen das schon nicht schlecht. Aber die Österreicher mit Vorteil. Wir sind wieder voll da, wir sind wieder voll da, ganz genau. Wir haben den Vorteil, wir legen einen drauf, oder wir legen einen vor, noch besser. Das ist der Spot, den wir haben wollen. Trifft genau die Linie. Was meinst du da mit Spot? Den Linie-Spot. Ich würde sagen, wenn ich das richtig gesehen habe, genau auf der Linie. Ah, jetzt verstehe ich's. Vor allem beim Diagonalblock auch noch vorbei. Viel Mut. Ich weiß, diese Service-Diskussion, ich weiß, die habe ich letzte Woche schon geführt. Aber ich finde, zur richtigen Zeit darfst du keine falsche Entscheidung treffen. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht das druckvollste Service ist. Aber ich finde, du musst gewisse Sachen... Es ist ungefähr so, wenn du ein Feuer hast und du merkst, das Feuer geht aus. Drüben auf der anderen Seite, dann gebe ich keine Luft mehr dazu. Und wenn du ihm das Service gibst, dann hat der keine Luft am Feuer. Jetzt trifft er ihn nicht. Wurscht. Nächster. Ganz genau. Nächster Ball. Das war auch für der Daktbüschung. Ganz wichtig, die Bälle, die sie machen, sollen sie konsequent machen. Und wenn der Lorenz zu einem Lorenz-Leitersabend-Sprungservice geht, mit Konsequenz, mit 100 Prozent, muss er da dahinter sein. Bisschen eindeutig jetzt. Bisschen eindeutig. Jetzt kommt natürlich die Auszeit von Helmut Fockenberger. Oh, er macht das gut. Er macht das sehr gut. Schauen wir noch einmal zurück. Da fahre ich noch einmal ganz kurz zurück. Schaut euch einmal an. Macht die Hände auf. Ja, wenn der jetzt in die Mitte zieht, also wenn der durch den Block zieht, ist er Punkt. Aber macht das gut. Macht den Block breit dadurch, dass er die Hände auseinandergibt. Das weiß natürlich der Angreifer nicht, dass er da jetzt quasi einen Jesus Christ Superstar-Block macht. Aber gut. Yo. Na, Hannes, verratest du nur Martin Plässler, unseren Zusehern, nichts, was du da jetzt gefragt wurdest? Ich möchte Zuseherinnen und Zuseher zu Hause nicht langweilen, mit welchen Taktikvorgaben. Wichtig ist, dass sie es umsetzen können. Ich glaube, du langweilst da niemand mit einer Taktikvorgabe. Aber egal, brauchst nichts verraten. Gewisse Geheimnisse müssen schon sein. So, Matthias, jetzt müssen wir den Punkt machen, sonst wird es ganz schwierig. Der ist jetzt spielentscheidend. Der passt. Jawohl, wieder mit Übersicht. Wieder mit Übersicht. Sehr gut. So, jetzt ist mir mal das Herz ganz kurz in die Hose gerutscht. Ich stehe mal auf und richte die Hose wieder. Phil Waller und Moxa Seidel schauen sich das jetzt da draußen auch an und wirken da auch ein bisschen... Wow, schade. Ich habe mir gedacht, der wird noch ein bisschen giftiger. Den hat er natürlich nicht schön gemacht. So, er hat die Taktikvorgaben. Okay. Aufgezahlt halten. 13 zu einem Wechsel. So, jetzt bin ich mir ganz ehrlich. Dann marschieren wir. Die sollen uns ja nicht hören, was ich da sagen. Aber das ist jetzt für das ganze Turnier aus österreichischer Sicht wahrscheinlich der wichtigste Punkt in diesem Turnier. Jupp, und der war schön. Respekt, mein Superblock. Ein aus österreichischer Sicht, leider Gottes, Superblock vom Slowenian. Da waren die Möglichkeiten auch nicht mehr gegeben. Der Ball war sehr weit in der Mitte. Kopf nicht hängen lassen. Das ist alles drinnen. Ruh, Ruh, Ruh. Boah, das ist jetzt natürlich... Das ist ein trotzdem guter Ball. Aber trotzdem befürchte ich jetzt... Oh, ist er draußen, Gott sei Dank. Aber trotzdem. Wir haben die Möglichkeit. Wir haben die Möglichkeit. Das war jetzt der Ball gegen den kompletten Ausfall Österreichs hier bei diesem Turnier. Jawohl. Laude, das zeigt Mut. Geben wir einen Sprung drauf. Nein. Das ist ein Flotty. Gut, der Service. Weg, 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 weg. Zu spät gelöst. Der ist weg. Der ist leider nicht. Der ist tatsächlich auf der Linie. Aber drauf, gell. Ja, ich glaube auch. Schauen wir nochmal hin. Es war ein guter Kampf. Es war tatsächlich ein guter Kampf. Sehr schade, dass der zwei Blockpunkte entscheiden im dritten Satz. Ja, aber drauf. Dann brauchen wir nicht darüber diskutieren. Ja, gut. Ich muss kurz mit dem Sie werden. Bin dann gleich wieder zurück. Ich bin dann gleich wieder zurück. Das war die Worte. Ich bin dann gleich wieder zurück. Ich bin dann gleich wieder zurück. Ein paar Jahre, ich werde zurück. In zwei Minuten, fünf Minuten, sechs Uhr. Die nächste Worte. Es wird ein Wiener Match im Korte Nr. 1. Let's take a look in the schedule. And then I can't inform you about this next match im Korte Nr. 1. Es wird ein Wiener Match im Korte Nr. 1. Der Wiener Tag im Korte Nr. 1. Der Wiener Tag im Korte Nr. 2. Tja... Scheiße! Dann wir noch ganz kurz rekapitulieren... Quarton noch kurz über das Spiel... ...und dann, ja... Ich könnte jetzt knallhart sein und sagen... Es gibt den beiden Jungs noch zwei Jahre und sie können dieses Turnier gewinnen. Es war vielleicht noch ein bisschen zu früh, man hat es gemerkt in den entscheidenden Situationen, was ich vielleicht jetzt auch sagen könnte, ohne da jetzt wirklich auf Irwin kritisch erscheinen zu wollen. Aber es war vielleicht nicht die allerletzte Konsequenz in ein paar gespielten Sachen, sei es jetzt im Setting, sei es jetzt vielleicht im Angriff auch. Es war knapp, es war knapp, mein Gott, es war knapp. Es war knapp, es hätte genauso anders ausgehen können. Im Satz 2 hat man sehr gut gesehen, wie die zwei spielen können, wie die zwei verteidigen können und blockieren können. Da haben sie dann auch sehr gut agiert am Block und in der Defense. Und vor allem, dass Saar hat gut funktioniert, das Zwischenspiel zwischen den Laurinzen war tadellos. Mich ärgert ein bisschen, dass jetzt am Schluss eben zwei Blockpunkte entscheiden. Vielleicht für meinen Geschmack der ein oder andere Servicefehler zu viel, aber das kann natürlich passieren, wenn man Druck am Service erzeugen möchte. Und ja, die Slowenen sind natürlich mit ihren kurzen Ablegern sehr, sehr erfolgreich gewesen. Ja, vielleicht hätten wir da die taktische Umstellung vornehmen müssen können, dass einmal die kurzen, damit einmal die kurzen Bälle verteidigt werden. Aber ja, generell wichtig ist, dass Grössig Leitner auf der großen Bühne dann zeigen, was sie können, dass sie auf der World to Fuß fassen und dass sie dann dort für Österreich die Medaille einhaben. Absolut. Wie alt ist noch einmal, wie lange sind die beiden eigentlich? Der Laurenz Leitner wird meines Wissens auch nächstes Monat 21. Ich hoffe, ich vertue mich nicht von mir der Leiter zu Hause, aber das war, was ich rausgehört habe. Laurenz Grössig ist doch noch mal ein Eckjünger. Ich glaube, der ist 19. Okay. Ja, da geht noch was. Der hat dann doch noch einmal die Möglichkeit, bei der U22 aufzuschlagen. Und vielleicht holt er noch die eine oder andere Medaille. Der hat mich heute überzeugt. 19 höre ich gerade von der Franzi neben mir. 2-1-Bauer. Der hat mich überzeugt, er hat mit seiner Übersicht, er hat es sehr brav gemacht. Naja, tut ein bisschen weh, jetzt ist das Spiel von Gästen gegen Israel, sagst du ganz ehrlich. Jetzt tut mir ein bisschen weh. Dass sie nicht die direkten Einzüge mit der Round of 16 geschafft haben. Ja, weißt du was? Eben, man gehört von einem guten Freund aus Vorarlberg nicht nachjassern, das heißt nicht nachweinen. Das kannst du dich nicht ändern. Ich bin da leider immer noch so, dass ich mich solche Sachen ärgere, mich dann länger als einen Tag. Aber mei, das ist Sport, was soll's. Das ist Sport, das stimmt. Es kommt alles zurück im Leben. Irgendwann einmal werden sie dann hoffentlich, weiß ich nicht, im Viertelfinale auf der World Tour, werden sie dann 15, 12 im dritten Satz gewinnen. Ja. Entschieden durch zwei Blockpunkte, dann passt es auch wieder. Ich danke auf jeden Fall. Danke. Das nächste Spiel heißt Norwegen gegen Ukraine. Das lassen wir euch wieder da zu Hause alleine verfolgen. Wir brauchen auch einmal ein bisschen Auszeit. Dankeschön. Liebe Grüße zu Hause. Folgt auf Instagram. Beatrollverteamkindlesizer. Bis dahin, alles Liebe. Ciao. Danke dir, Seisi. 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 Tschüss. Vielen Dank. 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 Yes, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Yes, Yes, Yeah, Yes, 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 Yeah, Yes, 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 Yes Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Vielen Dank. 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 Yeah. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Ja! 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 Vielen Dank. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 ... Vielen Dank. 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 . Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ......